Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wehner. Mein Name ist Christoph Lauer, neben mir sitzt Ulrich Wehner. Wie ihr seht, wir wechseln quasi von Folge zu Folge die Begrüßungen einmal durch. Das ist kein AB-Test, sondern wir zeigen einfach, wie spontan wir sind. Ja, Lauer und Wehner, ein Politik-Podcast, ein bisschen. Ulrich erklärt gleich noch ein bisschen mehr, was wir so machen. Ja, hallo auch von meiner Seite. Hallo, es ist die 24. Folge und wir nehmen heute am 17. Juli auf und das ist welcher Tag, Ulrich? Das ist, lass mich kurz überlegen, der Geburtstag der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, die heute ihr 65. Lebensjahr vollendet. Um 0 Uhr wird sie das vollendet haben. Ja. Um 24 Uhr. Das ist so, ne? Obwohl man, also ich bin ja glaube ich auch irgendwie so um 4 Uhr morgens geboren worden oder sowas. Denn du bist aber dann quasi so rechtlich und so 0 Uhr. Ja. Wunderbar. Und erst gibt es häufiger, dass Menschen dann zu früh ins, also früher war das ja noch sehr attraktiv, die Fahrerlaubnis zu erwerben mit Vollendung des 18. Lebensjahres. Ja. Das ist heute nur noch in ganz seltsamen Regionen attraktiv. Wo man schon mit 16 so ungefähr anfängt. Ja und dann sind die, wenn die Fahrerlaubnis ist ja sozusagen die, wie der Name schon sagt, Erlaubnis. Der Führerschein ist nur der Schein. Wenn man das bestanden hat, schon vor Vollendung des 18. Lebensjahres, dann hat man die Fahrerlaubnis, die wird gültig mit Vollendung des 18. Lebensjahres und man hat den Schein noch nicht. Ein paar Kluge haben sich gesagt, okay, wenn ich dann ab Vollendung des 18. Lebensjahres fahre, dann habe ich ja die Fahrerlaubnis und fahre nicht ohne Fahrerlaubnis. Und dann sind die aber zu früh losgefahren, weil es noch nicht 0 Uhr war. Zappalott. Zappalott, ne? Ja. Aber es gibt auch die, die damals dann schon gleich betrunken losgefahren waren. Dann hatten die so ungefähr... Das ist unabhängig, ob man eine Fahrerlaubnis hat oder nicht. Ja. Nicht erlaubt, ne? Richtig. Wobei, wo wir jetzt gerade wieder bei so einem Aufregerthema Verkehr und Strafen im allgemeinen Straßenverkehr sind. Es gibt hier eine Kreuzung in Berlin, da wurde im Februar eine Fahrradfahrerin totgefahren. Das ist meine Lieblingskreuzung. Ich reg mich da fenstermäßig immer drüber auf, weil ich da häufiger im Moment langfahre. Die BZ hatte sie auch schon mal auf der Titelseite. Junge, Junge. Und da gibt es jetzt so ein Rechtsabbiegerverbot für Autos. Und dieses Rechtsabbiegerverbot wird aber genau an dieser Stelle, wo diese Frau totgefahren worden ist. Und dieses Rechtsabbiegerverbot deswegen, weil diese Frau dort totgefahren ist. Die Autos fahren da trotzdem immer rechts. Und jetzt habe ich neulich da einen Polizisten, der da tatsächlich mal an der Ecke stand und sich so Kennzeichen aufgeschrieben haben, die da rechts abbiegen. Da habe ich ihn gefragt, was das kostet. Man meinte, der 10 Euro. Ja, das ist so... Achtung, Rechtsabbiegerverbot 10 Euro ist irgendwie ziemlich attraktiv, ne? Ja. Da scheint mir eine Sanktionslücke zu sein. Aber ich kann es nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, welche... Bei Gefährdung eines anderen Verkehrsteilnehmers dürfte das allerdings höher gehen. Ja. Aber nicht alles gleich. Wenn jemand verletzt ist, 20. Nein, da gibt es bei Gefährdung schon höhere Bußgelder. Das sind ja nur Verwarnungsgelder. Ja. Okay, vielleicht machen wir keinen Verkehrspodcast. Das wäre vielleicht auch gut, wenn wir Deutschlands bester Verkehrspodcast werden würden. Neben unseren ganzen anderen Titeln, die wir schon haben. Aber Ulrich, ich hatte es vorhin schon angekündigt. Was machen wir denn in diesem Podcast? Ja, wir machen keinen Verkehrspodcast. Das haben wir jetzt abgebrochen. Auch wenn das Thema Verkehr, also Straßenverkehr... Ich habe es wirklich nur zur Klarstellung gesagt. Wir sind auch Deutschlands bester Sexpodcast, so ist es nicht. Ja, das ist dann nicht der Straßenverkehr. Und auch wenn das Thema Straßenverkehr aktuell in aller Munde ist, dank unseres wirklich visionären Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer, der so jedes ab und zu mal mit neuen Ideen um die Ecke kommt, ohne dass diese Ideen in irgendeiner Weise verbunden wären oder gar überwölbt von einem Gesamtkonzept. Und obwohl das nahe liegt, einen Verkehrspodcast zu machen, machen wir das nicht, sondern wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, die Gegenwart dadurch zu bewältigen, dass wir erstens darüber sprechen und das zweitens so tun, dass wir uns die Fakten separieren von der Meinung. Und auch in dieser Reihenfolge, dass wir erst die Fakten betrachten und auf Grundlage der Fakten, die uns eine Meinung bilden und uns nicht, was so in der Twitter-Zeit, im Twitter-Zeitalter doch ein häufigerer Vorgang ist, nicht einfach sofort aufregen, ohne die da zugrunde liegenden Tatsachen zu betrachten. Wir tun das faktenbasiert, das ist jedenfalls unser Ziel. Manchmal gelingt es ganz besonders gut, dann gucken wir uns nur die Fakten an und stellen fest, hey, die Fakten bewerten sich von selbst. Manchmal gelingt es nicht so gut, da kotzt man schon, bevor man die Fakten überhaupt betrachtet hat, läuft man schon über, läuft die Galle über. Und das ist unterschiedlich. Jedenfalls wollen wir die Gegenwart dadurch bewältigen, dass wir sie nach der guten alten Freud'schen Methode einfach auch besprechen. Talking Cure, sagte die erste Patientin des Dr. Siegmund Freud, Prof. Dr. Siegmund Freud. Und Chimney Sweeping sprach sie von. Also übersetzt sich, glaube ich, mit Kaminreinigung, Schochensteinreinigung. Das tun wir. Wir sind Chimney Sweepers. Faktenbasierte Chimney Sweepers. Ja. Ja. Genau. Und wir... Genau. Mir fällt gerade jetzt kein blöder Spruch ein, deswegen sage ich auch keinen blöden Spruch. Ja, wir haben heute, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, das hier wird jetzt erstmal die letzte Folge sein, zumindest für die nächsten dann zwei bis drei Wochen, weil Ulrich fährt in Urlaub. Es sei dir gegönnt. Dankeschön. Dann kannst du wieder, können wir wieder eine Folge machen, wo wir über deinen Urlaub reden, so wie letztes Jahr. Wo geht es dieses Jahr hin? Ja, letztes Jahr war Süditalien, die Region um Neapel. Ich weiß, die Frage lautet, wo geht es dieses Jahr hin? Ich erinnere mich gerade. Stimmt, da sprachen wir darüber, dass es da Sklaven gab. Ja, dieses Jahr wieder Italien, der Norden-Nordwesten. Und zwar zunächst Comasee, dann San Remo, das ich nicht kenne, und Piemont. Und da die Älteren erinnern sich, wo die Piemontkirsche herkommt. Ja. Und ja, diese Gegend, Italien, ich weiß gar nicht, ob man aktuell nach Italien fahren darf, ist ein bisschen dieses Phänomen wie mit der Türkei, in der es dann als politisch unkorrekt galt, dort bei einem herrschenden Diktator, dem auch noch den Tourismus und die Wirtschaft damit anzukurbeln. Das muss man sich bei Italien wahrscheinlich auch überlegen. Ja, werde ich mir vor Ort mal schauen. Wobei ich da, wobei, also ich verstehe total, was du meinst. Ich hatte das, als ich 2017, glaube ich, war ich in Kuba. Es könnte aber auch sein, dass es 2018 war. Nee, ich glaube, es war 2017. Und wenn ich vorher gewusst hätte, wie das da wird in Kuba, dann hätte ich es tatsächlich nicht gemacht. Weil da merkst du halt wirklich, dass du die Kuh bist, die gemolken wird, um deine Devisen ins Land zu spülen. Es gibt nämlich in Kuba zwei verschiedene Währungen. Einmal die, weiß ich nicht, Currencia Nacional und dann die... Im Peso Convertible. Ja, genau. Die Currencia Convertible. Kuk. Das Geilste ist halt, du tauschst das eins zu eins. Ja, also ein Euro, ein Kuk. Und dann hast du halt in den Geschäften und in den Läden hast du halt dann so Euro Preise. Ja, das ist natürlich jetzt auch nicht so ganz die feine englische Art, in den Urlaub zu fahren und zu sagen, ist das schön billig und so, ne? Aber es ist natürlich ab und zu auch eine Motivation. Also es ist nicht von der Hand zu weisen, wenn man zum Beispiel sich in der Volksrepublik China aufhält, ist es einfach cool, wenn man zum Beispiel am Tag nur, weiß ich nicht, ein oder zwei Euro für Essen ausgeben muss. Und dann aber trotzdem sehr satt ist und wahrscheinlich noch was zunimmt. Wie komme ich jetzt da drauf? Kuba war tatsächlich ein Land, wo ich gesagt habe, okay, dieses scheiß Schweinesystem. Türkei ist ja so ein bisschen zwiespältig, ne? Also ich meine, wir haben jetzt in Istanbul da einen neuen Bürgermeister. Wir haben jetzt so mehrere Gerichtsverfahren auch gehabt, wo so Journalisten, denen irgendwie im Zuge dieses Putsches, weiß ich nicht, denen wurden so Fantasiedinge wie, ich glaube, grober Unfug oder so vorgeworfen. Die wurden ja jetzt auch alle, also nicht alle, aber da wurden einige von freigesprochen. Damit ich jetzt nicht sagen will, ist alles wieder toll in der Türkei, sind auch immer Journalisten dort im Gefängnis und so. Aber ist auf jeden Fall schwierig. Ja, ich vergaß auch zu sagen, als ich die Frage beantwortete, was wir hier eigentlich machen. Wir machen vielfach auch Sprechdenken und haben so eine assoziative Technik, freie Assoziation. Heute ist Freud-Tag. Freie Assoziation, also der Kernbestandteil der Psychoanalyse. Und freie Assoziation auch bekannt unter dem Markennamen von Hölzchen auf Stöckchen. Und zum Teil führt das womöglich zu ganz interessanten Ergebnissen. Ich finde jetzt in diesem Moment tatsächlich zu der Frage, was bedeutet eigentlich politisch korrektes Reisen? Politisch korrekt im Übrigen als, oder korrektes Reisen, sagen wir mal so. Korrektes Reisen, politisch korrekt. Richtiges Reisen, politisch korrekt. Ich meine das auch keineswegs ironisch. Also korrektes Reisen. Die Frage in der Tat, stützt man ein Regime durch sein Reisen oder überschätzt man sich zunächst? Oder zum anderen, wem schadet man eigentlich, wenn man irgendwo nicht hinfährt? Schadet man Erdogan, wenn man nicht in der Türkei urlaubt, wenn man nicht in der Tazia am Strand liegt? Oder schadet man dann türkischen Arbeitskräften, die sich total freuen, wenn da der Allmann kommt? Ja, die freuen sich bestimmt total. Ja, was es ja auch noch zum Thema korrektes Reisen in der letzten oder vorletzten Woche gab, eine Bewegung, auf die ich hingewiesen wurde, Backpacking. Achso, Back, ja, ja, ja. Geschrieben nicht mit B-A-C-K, sondern B-E-G, also zusammengesetzt aus Pack, Rucksack oder whatever, und dem Verb Betteln, Begging. Und Toback. Und das beschreibt eine Kultur, eine Technik, die darin besteht, um die Welt zu reisen ohne Geld, kurz gesprochen. Das war, glaube ich, am Anfang ganz cool. Da haben so ein paar dann auch Bücher geschrieben und Blogs gehabt, dass sie sagen, oh, ich starte mit 50 Euro und gucke mal, ob ich um die Welt komme. Dann zwischendurch gearbeitet und ähnliches. Und es ist wohl so, dass man an vielen Hotspots, zumal in Asien, inzwischen junge Leute sieht, die dann dort darum bitten, eine kleine Spende zu erhalten, damit sie help me travel the world. Und das ist meines Erachtens eine inkorrekte Vorgehensweise, in Ländern, in denen der Durchschnittsverdienst womöglich irgendwo bei einem Euro 25 am Tag liegt, dann dort noch sich Geld zu erbetteln, damit man das nächste Fährticket, Flugticket, nächsten Mietwagen oder das nächste Fünf-Sterne-Hotel sich leisten kann. Fand ich auch eine etwas bedenkliche Art und Weise, eine bedenkliche Sicht auf die Welt zu glauben, dass dort Solidarität gezeigt wird, indem man einem Menschen ermöglicht zu reisen, obwohl man selber nichts hat. Fand ich seltsam. Also Backpacking, Bagpacking, wahrscheinlich keine gute Art zu reisen. Türkei noch offen, Italien werden wir nach meinem Urlaub wissen, ob man da Salvini stützt, wenn man da hinfährt, wahrscheinlich im Norden nicht so sehr. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Wahrscheinlich würden dann da auch alle sagen, den Innenminister finden wir total übel, so wie ich auch noch keinen US-Amerikaner getroffen habe, der Trump gut fand. Oder auch damals habe ich keinen getroffen, der George W. Bush gut fand. Gut, es wird wahrscheinlich Italiener geben, die den Salvini ganz, ganz spitzen Klasse finden. Irgendwie muss die Lega ja Stimmen gekriegt haben. Ja, das stimmt auch. Aber ich verstehe schon, was du versuchst zu sagen. Das ist immer, ich meine, genauso, ich glaube, die Frage gestellt hat man sich ja zum Beispiel jetzt nicht bei Österreich, als da die FPÖ an der Macht war. Ja, hätte man sich auch mal fragen sollen. Hätte man sich auch fragen sollen. Ist immer ein, ja, ist ein schmaler Grad. Und was aber man sicher sagen kann, das führt jetzt so ein bisschen weg von den politischen Umständen. Aber man kann, was man mit Sicherheit machen kann oder sollte ist, wenn man zum Beispiel längere Flugreisen macht, aber auch kürzere, dekarbonisieren. Es gibt so schöne Webseiten wie zum Beispiel dieses Atmosphäre. Du kannst dann tatsächlich eingeben, von wo nach wo du fliegst. Du kannst sogar sagen, mit welcher Maschine beziehungsweise welcher Fluglinie. Und dann sagen die dir so, was so deine durchschnittliche CO2-Emissionen ist. Ich werde dieses Jahr auch noch nach Asien fliegen und das ist dann mit zwei Personen tatsächlich hin und zurück eine Tonne CO2. Kostet dann 250 Euro. Das ist eine gute Sache. Es ist nicht eine gute Sache, dass man noch eine Tonne CO2 in die Luft pumpt, aber es ist immerhin eine gute Sache, dass man Leuten dafür Geld geben kann, dass sie aufbraucht. Wirklicherweise hattest du meine Aussage, dass eine gute Sache schon auf Anhieb verstanden. Ich meine, die Dekarbonisierung, die vom Begriff her etwas schwierig ist, glaube ich. Das ist schwierig. Ich vermute, diese Tonne geht nicht wieder weg. Dieser Stefan Rahmsdorf, dem ich mittlerweile auch folge auf Twitter, der hat auch nochmal einen sehr instruktiven Blogbeitrag dazu geschrieben. Wir hatten letzte Woche ja über diese Studie gesprochen. Der Stefan Rahmsdorf hatte darüber geschrieben, dass diese Studie, wonach man quasi wieder zwei Drittel des CO2 aus der Erdatmosphäre mit Bäumen absaugen könnte, dass es da ein paar sehr große Fragezeichen gibt. Und er meinte, selbst wenn man das jetzt unter den optimalsten Bedingungen weltweit aufforsten würde, sieht er das eher so, dass man damit eine bis zwei Gigatonnen der, weiß ich nicht, jetzt weiß ich nicht mehr, ob es 20 oder 30 Gigatonnen sind, die jährlich imitiert werden von der Menschheit. Ja, ich kann das vielleicht ergänzen, der Grundgedanke, es gab wahrscheinlich in den 80er Jahren, gab es so eine Zeit, da hatten Wissenschaftler wohl festgestellt, oder jedenfalls glaubte die Bevölkerung das, sie hatten festgestellt, dass Quark total gut für die Leber war. Und dann haben die alle fürchterlich gesoffen und morgens Quark gegessen. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Nee, so funktioniert das nicht. Das heißt, man kann nicht einfach CO2 ausstoßen, dann wird ein Baum gepflanzt und dann ist alles wieder gut. Nee. Ähnlich wie mit dem Dekarbonisieren durch Zahlung von Geld, das funktioniert auch nicht. Also jedenfalls nicht unmittelbar. Es funktioniert nicht unmittelbar. Wobei ich das begrüße, ich finde es gut, dass wir uns Gedanken machen, in meinem Fall ein bisschen spät, aber Gedanken machen über korrektes Reisen. Wir können, und was wir auch nochmal sagen können, das haben wir schon mehrfach hier gesagt, holt euch einen Ökostromanbieter. Das ist ja das Geringste, was wir machen können, hundertprozentig Ökostrom. So, jetzt haben wir viel vom Hölzchen auf Stöckchen. Wir waren bei Italien. Italien würde mich direkt auf ein ganz kurzes Thema, was halt, dann sind wir auch direkt wieder bei Herrn Salvini. Ich glaube, der heißt Matteo, ne? Ja. Dass sie in Italien eine Razzia bei so Rechtsextremisten gemacht haben und haben dort ein Waffenlager und so Nazi-Devotionalien, Hakenkreuze und so gefunden. Und unter diesen Waffen, die sie dort gefunden haben, war auch eine Luft-Luft-Rakete. Also tatsächlich eine Rakete, die man dann an ein Flugzeug dran machen würde. Also weil Boden-Luft-Rakete würde bedeuten, man schießt sie vom Boden ab und Luft-Luft-Rakete ist eine Rakete, die in der Luft abgeschossen wird. War dann also noch tatsächlich in ihrer Verpackung, ja? Und was ich schon auch mutig fand, war, dass die Polizisten, die dort diese Razzia gemacht haben, dann natürlich, das ist ja auch immer ein Qualitätsmerkmal von so Razzien, dass das am Ende dann auf so Tischen wird, das dann immer so drapiert, der Fund, und abfotografiert. Und genau, du hast es gerade auch auf. Ja, da kann man eine schöne Bildbeschreibung machen. Genau, die haben diese Luft-Luft-Rakete aus dieser grünlichen Röhre geholt und dann liegt die da so schräg auf dem Boden. Und ich habe mir gedacht, ja Moment mal, so eine Luft-Luft-Rakete, die hat doch eigentlich einen Sprengkopf. Das wäre mir doch jetzt ein bisschen zu riskant, so eine scharfe Waffe da halt irgendwie mal so auszupacken. Aber da war man ganz unbekümmert in Italien. Die stehen da auch ganz leger. Man kann, dieses Bild findet man auch relativ schnell. Man muss nur Italien und Luft, wahrscheinlich schon bei Lu, Google vervollständigt das und führt einen dann auf den richtigen Weg. Bildbeschreibung, früher in der Schule eine schöne Aufgabe, hier im Podcast natürlich wiederbelebt. Da stehen vor dieser so halb aus diesem Raketen-Etui gerutschten Luft-Luft-Rakete, gezogenen Luft-Luft-Rakete, der Deckel dieses Raketen-Etuis, so nennt man das glaube ich. Das ist der Fachbegriff, ja. Das ist der Fachbegriff. Der Deckel lehnt lässig wie ein Klischee-Italiener an der Seite. Und dann steht da eine Gruppe im Vordergrund von insgesamt sieben Polizeibeamten, davon vier wiederum bis zur Unkenntlichkeit vermummt mit so krassen Bankräuber-Masken. Sturmhauben. Sturmhauben. Bankräuber-Masken waren doch so Strumpfhosen. Ich habe das früher nicht verstanden in den Filmen. Ich habe immer gedacht, Moment, ich kann die doch noch wunderbar erkennen. Warum haben die denn jetzt so eine Strumpfhose? Ja, da ist man zu übergegangen. Hier, wirklich diese Modelle, auch die sehen so ein bisschen, bei einigen so ein bisschen selbstgemacht aus. Wahrscheinlich hatten die keine dabei für das Foto. Der eine hat sich da so Löcher reingerissen, förmlich für die Augen und unterschiedliche Tragetechniken. Der eine hat, glaube ich, die Augenlöcher beide auf der Stirn. Das heißt, der wird wahrscheinlich als nächsten Schritt über die Luftrakete gestolpert sein. Und dann stehen da noch zwei in so sehr schönen Uniformen, wo ich sehr, sehr neidisch würde, wenn ich deutscher Polizeibeamter wäre. So blau mit goldenen Abzeichen und sehr schön. Sehr schönes Bild. Im Hintergrund steht schon der Raketenabschleppwagen. In dem Blau der italienischen Polizeifahrzeuge. Dazu passend die Hosen der uniformierten, der in diese schönen Uniform. Also ein schönes Bild. Aber ein doch befremdlicher Hintergrund. Die wurden gefunden bei Neonazis, die, soweit man weiß, diese Waffe verkaufen wollten. Ach so. Hier steht, die Behörden entdeckten bei ihrem Einsatz gegen Neonazis zahlreiche Waffen. Darunter auch eine Luft-Luft-Rakete. Das Geschoss sollte über WhatsApp verkauft werden. Über WhatsApp? Quelle die Zeit. Ja. 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 Ja, was soll man dazu sagen? Und du stellst dir vor, wie das wäre, wenn... Ja, also ich habe mir so gedacht, also dafür, dass man also bei Rechtsextremen, also erstmal, das ist ja etwas, das Ding fällt ja tatsächlich unter das Kriegswaffengesetz. Ja. Das kannst du ja nicht einfach, du gehst ja jetzt nicht einfach in den Luft-Luft-Laden. In den Luft-Luft-Raketen-Laden und sagst, hör mal, Rüdi, ist wieder soweit, ich bräuchte wieder eine. Sondern die musst du ja tatsächlich klauen. Und ich glaube, die Italiener, die haben zwar irgendwie 95 verschiedene Polizeien, ne? Weiß ich nicht, Carabinieri und dann gibt es, in Rom gibt es noch eine Polizia dei Capitale und bla bla bla, ja. Aber ich glaube, die Italiener haben wahrscheinlich nur eine Luftwaffe, ne? Kann sein, dass die Italiener möglicherweise, dass die, dass der Navy, ähm, das, was heißt der Navy auf Deutsch? Marine. Dass der Marine, so Harrier-Jets hat, dann könnte das auch sein, dass die von der Marine ist. Aber, sagen wir mal, es gibt relativ wenige Quellen, wo du so eine Luft-Luft-Luft-Rakete jetzt in Italien bekommst. Da gibt es einen Monopol im Verkauf, ja. Ja, das heißt, die müssen die da ja irgendwo geklaut haben. Also entweder von der Armee oder von irgendeiner anderen Armee. Ähm, finde ich schon irgendwie bedenklich. Und wir hatten das im Vorgespräch gesagt, also wenn die jetzt, weiß ich nicht, bei Anis Amri, nachdem der da auf dem Breitscheidplatz die Leute umgenietet hat, ähm, wenn die, wenn die bei dem zu Hause noch so eine Luft-Luft-Rakete gefunden hätten oder so, oder in irgendeiner Moschee oder was auch immer, dann wäre ganz schön Highlife in Tüten gewesen. Und ich finde, ähm, da haben wir letzte Woche gar nicht drüber geredet. In Sachsen, ach nicht in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern haben sie ja auch so ein, ähm, so ein Waffenlager hochgenommen. Da war ja wohl einer der, sag ich mal, Protagonisten, in Anführungszeichen, oder der Tatverdächtigen, ähm, beim SEK irgendwie beschäftigt, wo sie auch, also massenhaft Munition und Waffen und sonst was irgendwie, ähm, abgezweigt haben. Das ist, gehört zu diesem ganzen Komplex hier, ähm, Hannibal, rechte Prepper-Szene, Nordkreuz nennt sich da irgendwie der Verein. Und das sind diese Leute, die sich auf den Tag X vorbereiten, den sogenannten, also diesen, äh, Tag, wo die Rechten, also der Meinung sind, sie machen dann irgendwie Revolution und stellen alle ihre Gegner an die Wand. Machen von ihrem vorgestellten Widerstandsrecht dann auch. Genau, machen von ihrem vorgestellten Widerstandsrecht, da haben wir ja auch schon drüber geredet, dass das nicht so einfach funktioniert. Lange Rede, kurzer Sinn, also dafür, dass vor wenigen Wochen ein deutscher Politiker von einem Nazi umgebracht wurde, dafür, dass man im Moment, im Wochentakt so Waffenlager findet, wo es also ganz klare Verbindungen dieser Nazis dann auch zu deutschen Sicherheitsbehörden gibt, dafür ist so insgesamt die Lage noch relativ ruhig, finde ich. Finde ich sehr bemerkenswert. Finde ich gut, wie, äh, also dass man sieht, wie locker die Bevölkerung mit Terrorismus umgehen kann, wenn er aus der richtigen Ecke kommt. Ja. Ähm. Hoffentlich ändert es sich. Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident, dessen Namen wir nicht verwenden und den wir auch nicht mehr zitieren. Den kann man nicht mehr zitieren. Über den wir uns auch nicht mehr aufregen. Nee. Denn der Blödsinn, den er verzapft, ist nicht aufregenswert. Da sind keine Fakten drin, über die man sich aufregen kann. Jedenfalls möglicherweise, nachdem der seine Amtszeit genutzt hat, die, das, die Zieleinrichtung des Bundesamtes für Verfassungsschutz nach links zu drehen, möglicherweise wird man da auch noch ein wenig mal wieder den rechten Rand betrachten. Das war auch ein, der im BAMF prüfte so ein wohl rechtsradikaler, prüfte Asylanträge, hieß es. Ist alles noch nicht so ganz, ganz klar. Aber da muss man schon sehr aufpassen, weil ich glaube, dass tendenziell die Gewaltbereitschaft dort wesentlich größer ist und der Schaden wesentlich höher. Ja, jedenfalls Luft-Luft-Rakete bei italienischen Rechtsextremisten, sollte man mal beobachten. Und der Matteo Salvini, der hat dazu gar nichts getwittert. Stellte ein italienischer Journalist fest, der für Buzzfeed arbeitet. Er twitterte auf Englisch, dass Salvini eigentlich immer bei der kleinsten Messerstecherei sofort am Twitter-Apparat ist. Wenn einer der Tatverdächtigen auch nur... Dunkelhäutiger beleidigt weiße Frau Salvini twittert. Genau, da ist Salvini direkt am Twitter-Apparat. Ja, Twitter-Gerät. Der war ja auch, was hier Carola-Rakete angeht, nicht gerade zart beseitigt, was er hier alles vorgeworfen hat. Und irgendwie bei dieser Luft-Luft-Rakete scheint ihn als Innenminister gar nicht so sehr zu interessieren. Ja. Ist irgendwie nicht so seins. Hat noch nichts dazu gesagt. So kann das gehen, wenn man Nazis in der Regierung hat. Ja, sollte man sehr aufpassen. Dass man sich sowas nicht wählen soll. Dass es nicht so weit kommt. Ja. Dass man demokratische Strukturen aufrechterhält, pflegt. Sie nicht, schon mal kleiner Vorgriff auf President-Elect Dr. Ursula von der Leyen, dass man sie auch nicht diskreditiert an Stellen, an denen eine Diskreditierung demokratischer Prozesse und Institutionen ein falsches, schlechtes Bild auf diese Institutionen wirft. Aber das ist nur Vorgriff. Wir wollten über Frau Dr. Merkel, außer dass sie heute Geburtstag hat. Genau. Heute am 17.07. für alle, die das später hören. Die jetzt später zugeschaltet sind. Später zugeschaltet haben. Außer dass sie Geburtstag hat, ist ja der Gesundheitszustand, der vermeintliche oder Fragen zum Gesundheitszustand von Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel aktuell in vieler Munde, in vieler unberufener Munde. Denn da gab es Bilder, die ich mir tatsächlich, weil ich da eine Schwelle gegen habe, mir nicht angesehen habe. Aber ich mag das nicht, wenn da jemand gerade womöglich irgendwelche Krankheitssymptome zeigt oder auch nicht. Ich persönlich mag mir das nicht angucken. Das mache ich gar nicht mal moralisch. Ich gucke mir auch keine Bilder von Sterbenden an. Vergleich soll das nicht sein, aber erst recht nicht. Ich will damit sagen, ich habe das nicht gesehen. Es wird thematisiert und ich bin der Meinung, als wir uns vorbesprachen, war meine Ursprungsreaktion zu sagen, da reden wir überhaupt nicht drüber. Ja. Das macht man nicht. Bis du dann angekündigt hast, wir reden darüber und sagen im Wesentlichen, im Kern, dass man nicht darüber redet. Das finde ich ist im Kern fast das Einzige, was man dazu sagen kann, dass man über den Gesundheitszustand anderer Leute ausschließlich dann redet, wenn die dazu aufgefordert haben, indem sie zum Beispiel den Gesundheitszustand selber thematisieren, so wie man jemanden auch nicht anspricht, ob er denn irgendwie krank ist. Ja, sauer. Wie lange hast du noch zu leben? Es stinkt dir so. Hast du irgendwas komisches am Darm? Also, das macht man nicht. Ja, genau. So auch da. Genau. Solange das jetzt, also ich könnte mir vorstellen, dass man eine Grenze zieht zur psychischen Gesundheit. Das war ja bei Donald Trump auch so, dass da sehr namhafte Psychopraktiker und Psychowissenschaftler, also Psychologen und Psychiater in den USA, haben ein recht lesenswertes Buch darüber geschrieben, ob Donald Trump mental, psychisch gesund ist. Sie kamen zum Ergebnis, nein. Vor allem stützen sie sich auf die Diagnose narzisstischer Persönlichkeitsstörungen bei ihm. Die haben sich das sehr schwer gemacht, nämlich die mussten diese berühmte, wir sprachen auch schon häufiger darüber, Goldwater Rule überwinden, nach der man sich standesrechtlich oder im Stande der Mediziner und zumal der Psychomediziner verpflichtet, keine Ferndiagnosen abzugeben, ohne, also keine Diagnosen abzugeben, ohne, dass man den Patienten persönlich exploriert hat. Da sind die drüber hinweggekommen, sind dann zum Ergebnis gelangt, dass Donald Trump schwerstpersönlichkeitsgestört ist, vor allem in narzisstischer Richtung. Und da fand ich bei der Auseinandersetzung mit dem psychischen Gesundheitszustand einer Person, könnte man, würde ich mir überlegen, ob man da nicht vielleicht was zu sagen darf. Aber der somatische Gesundheitszustand einer Person, die in der Öffentlichkeit steht, das geht die Leute nichts an. So wie auch die sexuelle Orientierung die Leute nichts angeht. Und auch in welcher Kirche, wenn ich nicht gerade zum radikal-islamischen Hassprediger laufe oder zum linksextremen evangelischen Pfarrer laufe. Man kennt sie, eines der größten Probleme in Deutschland, die linksextremen evangelischen Pfarrer. Ja, richtig. Wir nennen keine Namen. Ich könnte wahrscheinlich keine, so viele kann ich auch nicht nennen. Jedenfalls, also solange man, es gibt Dinge, die sind und bleiben Privatsache. Psychische Gesundheit würde ich mir überlegen, ob man da nicht vielleicht mal fragen kann, wenn jemand völlig verhaltensgestört durch die Gegend läuft, liefe. Zumal auch, wenn jemand plötzlich völlig verhaltensgestört durch die Gegend liefe, wenn also, keine Ahnung, ein Bundesminister, eine Bundesministerin sich plötzlich immer in der Öffentlichkeit auszöge oder so. Da müsste man mal fragen, hm, vielleicht ist da doch irgendwie ein bisschen was falsch. Aber unterhalb dessen finde ich es völlig inakzeptabel, da zu intervenieren. Also, so. Und zu spekulieren. Ja, intervenieren sowieso nicht. Und der Grund, warum ich überhaupt darüber reden wollte, war, dass ich es tatsächlich sehr scheiße finde, dass darüber geredet wird. Ihr seht, ich bin hier schon ein bisschen in der Bewertung. Ich kann das aber noch begründen. Und zwar, also, was mich, oder vielleicht nochmal zum Hintergrund, weil es vielleicht nicht alle mitbekommen haben, oder so. Angela Merkel hat auf mehreren Veranstaltungen wohl irgendwie gezittert. Ich habe es mir mal im Gegensatz zu dir kurz angeguckt. Einfach, weil mich interessiert hat, weil alle sofort so, oh, was ist mit dem Gesundheitszustand? Und ich mir so gedacht habe, okay, wir nähern uns dem Sommerloch. Und dann war es halt auch so, wie ich es gedacht habe. Ja, gut, die zittert da so ein bisschen mit den Händen. Und dann weißt du halt auch nicht, woran liegt es jetzt. Ist aber auch egal. So, warum mich das so stört oder was ich irgendwie so richtig absurd fand, war dann ein Kommentar des Herausgebers des Tagesspiegels. Stefan Andreas Kastorf, worauf wir einen Anspruch haben, erschienen am 12.07.2019, also vor jetzt mittlerweile schon fast einer Woche. Und da schreibt er hier nun mal jetzt die Unterüberschrift. Nach dem dritten Zitteranfall kann sich die Kanzlerin nicht mehr auf ihre Privatsphäre berufen. Sie schuldet dem Souverän ein ärztliches Attest, ein Kommentar. So, das fand ich einfach sehr falsch und überzogener geht es auch nicht mehr. Dass dann ein, weiß ich nicht, Herausgeber einer Zeitung auf einmal behauptet, für das Volk zu sprechen und dann irgendwelche Dinge postuliert. Nämlich, es sei ja so super notwendig, dass jetzt Frau Angela Merkel mal ein Attest vorlegt. Ich halte das für, jetzt fällt mir auch wieder nur das englische Wort ein, wie sagt man auf Deutsch, Double Standards, zweierlei Maß. Da wird mit zweierlei Maß gemessen, weil ich habe mich dann einfach nur so an Bundeskanzler zurückerinnert. Ich meine, ich bin mit Helmut Kohl aufgewachsen. Helmut Kohl war, glaube ich, weit davon entfernt, gesund zu leben. Und das nur, sag ich mal, sichtbar an seiner Leibesfülle. Der Mann war ja weit davon entfernt, einen Body Mass Index unter 30 zu haben. Und, haben wir, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge gesagt, Adipositas, also das krankhafte Übergewicht, ist ja dabei, weltweit Rauchen als Krebsursache Nummer eins zu verdrängen. Das geht ja sogar so weit, das habe ich, als ich noch rauchte, habe ich mir das auch mal überlegt. Da gab es zwischendurch tatsächlich mal die These, dass dadurch, dass Adipositas ein so hohes Gesundheitsrisiko darstellte, hingegen Rauchen ja typischerweise gewichtsreduzierend wirkt, gab es Menschen, ernsthafte, also die waren nicht von British American Tobacco oder sowas, gab es Leute, die ernsthaft die These aufstellten, dass möglicherweise Rauchen gesünder ist als Übergewicht. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch prima, dann kann ich rauchen. Nur der Unterschied ist halt, dann stirbt man an dem einen statt an dem anderen. Genau, dann musst du. Und nicht erst irgendwann, wenn man Glück hat, eines Tages am Alter. Am Klimawandel. Das würde ich nicht unter Glück fassen. Ja, ich auch nicht. Auf jeden Fall fand ich das, bei Helmut Kohl hat auch niemand gesagt, der Helmut, da wollen wir jetzt ein ärztliches Attest, ob der seinen Pflichten auch nachkommt. Gerhard Schröder hat Zigarren geraucht, hat auch niemand gefragt, hier hat Herr Schröder vielleicht Krebs. Und ich glaube, alle Bundeskanzler in den letzten Jahren, Jahrzehnten waren dem Alkohol wahrscheinlich auch nicht ganz abgenommen. Der Willi. Ja, ich will jetzt nicht damit sagen, dass sie irgendwie Alkoholiker sind, aber sie haben wahrscheinlich deutlich mehr Alkohol getrunken, als es ein Arzt empfehlen würde, dass es noch irgendwie halbwegs irgendwie verträglich für den Körper ist. Alleine auf so Parteiveranstaltungen, ja, wenn du dann, weiß ich nicht, im Wahlkreis bist und so, dann werden dir so unfassbar viele Biere in die Hand gedrückt, da kannst du gar nicht Nein sagen, weil dann ja auch immer die Erwartung besteht. Ja. Ja. In der politischen Szene hat man, also der Alkoholkonsum hat es ja insgesamt etwas reduziert, über alle Bevölkerungsschichten hinweg und über alle Altersgruppen, aber in der politischen Szene hat man, glaube ich, früher eigentlich immer massiv oder vielfach sehr verbreitet, sehr stark zu trinken. Ich weiß, dass ich ein Praktikum mal im Landtag zu Nordrhein-Westfalen gemacht hatte und da berichteten die allerdings, also aus früheren Zeiten, wie sie da gesoffen haben, kennt man ja diese Jupp-Erzählung von Goldrausch. und da wurde glaubhaft berichtet, dass da freitags nachmittags in der Kantine immer fürchterlich getrunken wurde und da gab es dann das sogenannte Skat-Steak, dann haben die alle Skat gespielt und das Skat-Steak, das bestand darin, dass du gleichzeitig, das war ein kleingeschnittenes Steak, das du dann halt nur mit der Gabel essen konntest und dann konntest du in der einen halt die Karten halten und wenn du die Gabel mal weggelegt hast, konntest du ja einen kurzen reinzischen. So, jedenfalls, also über die, es gab viel Anlass, sich über den Gesundheitszustand von Politikern, oder es hätte viel Anlass gegeben, sich über den Gesundheitszustand von Politikern Gedanken zu machen. Horst Seehofer. Anderer Politiker, über den Horst Seehofer, ja, ein Politiker, über den man sich vor nicht allzu langer Zeit auch sehr stark, auch übergriffig Gedanken macht, war Jean-Claude Juncker, dem man ein Alkoholproblem unterstellte und Martin Schulz auch, wobei Martin Schulz, glaube ich, sogar darüber redet, dass er trocken Alkoholiker war. Genau. Also, aber diese Aussage, wir haben einen Anspruch auf, kannst du das nochmal gerade, also worauf wir einen Anspruch haben. Genau, worauf wir einen Anspruch haben, sie schuldet dem Souveränen ein ärztliches Attest und dann schreibt er hier, Zitat, es geht um ein offizielles Bulletin, also noch bescheuerter kann man sich ja nicht mehr ausdrücken, aber es geht um ein offizielles Bulletin, in dem ihr die nötige Gesundheit bescheinigt wird. Ja, das... Der Arzt haftet dafür mit Ruf und Zulassung. Also, das sind so totalitäre irgendwie Fantasien, so nach dem Motto, nee, die Angeln, da sollen die jetzt mal machen, mal gehen, finde ich irgendwie sehr befremdlich. Also, in dieser, worauf wir einen Anspruch haben, lautet ja die Überschrift jenes Artikels, diese Wir-Form, die löst bei mir sowieso gleich allergische Schocks aus, sollte es eigentlich, das möchte ich fast empfehlen, bei nahezu jedem allergische Schocks auslösen, wenn jemand von wir spricht, aber mich nicht gefragt hat, das ist immer sehr gefährlich, einen Anspruch, einen Anspruch setzt nach guter alter Zivilrechtler Tradition eine Anspruchsgrundlage voraus. Die ist unbekannt, die Anspruchsgrundlage, aus der sich ergeben soll, dass Politiker, Spitzenpolitiker, Bundeskanzler, Bundeskanzlerinnen ein Attest vorzulegen haben. Und man kann ja auch sehen, was dabei herauskommt, wenn der Leibarzt des Donald Trump den Donald untersucht und dann sagt, er hätte den Verdacht gehabt, dass dort Justin Bieber vor ihm steht, sowohl vom Intellekt her, als auch von der Körperkonstitution. Ja, bis auf Bulletin, der Begriff ist so gesehen ganz richtig, das ist so eine ärztliche Verlautbarung offizieller Art, aber ist auch so ein bisschen, wie soll man sagen, manieriert gesprochen. Ja, jedenfalls, also diesen Anspruch gibt es nicht, das ist auch Quatsch. Es ist sicherlich in der Verantwortung eines jeden, selbst zu prüfen, ob er gesundheitlich in der Lage ist, eine Tätigkeit auszuüben. Das gilt für Augenoptiker, Kranfahrer, Bundeskanzler und Rechtsanwälte gleichermaßen. Das muss man prüfen. Da gibt es, wenn es da Anhaltspunkte gibt, dass jemand das nicht mehr prüft und dann kann man sich mal weiterfragen, aber vorher ist es wirklich übergriffig. Ich halte es auch deswegen für falsch, weil ich tatsächlich nicht in einer Welt leben möchte, wo nur vermeintlich gesunde Leute nach irgendwelchen Kriterien von Stefan Andreas Kastorf dann politische Spitzenämter oder überhaupt politische Ämter ausüben dürfen, weil, also ich kenne eigentlich keinen Menschen, der sich hundertprozentiger Gesundheit erfreuen kann. Weißt du, also irgendwas ist halt immer der eine halt irgendwie... Ja, und wie du Diabetes hast, darfst du nicht Bundeskanzler werden. Genau, weil dann brauchst du ja ständig Insolid. Nach Herrn Kastorf. Also, verstehst du, wo ziehst du da die Linie? Darf dann eine Rollstuhlfahrerin Bundeskanzlerin werden? Dürfte Malu Dreyer, die ja auch, also die Ministerin, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, die ja sehr offen mit ihrer Multiple Sklerose umgeht, ja, dürfte die dann Bundeskanzlerin werden? So, nach Herrn Kastorf. Also, ich bin natürlich sofort der Meinung, dass eigentlich jeder Mensch, der halbwegs lesen und schreiben kann, wenn er oder sie da eine Mehrheit im Deutschen Bundestag bekommt, dann ist das halt so, dann wird diese Person Bundeskanzlerin. Ja, diese... Und die machen da ja auch keinen Test im Plenarsaal und sagen, komm, Kandidat, Kandidat, sprich doch nochmal hier 20 Mal im Dingsrum. Letztlich müsste man... Also, zwei Dinge. Also, man müsste wahrscheinlich sagen, dass wenn Frau Merkel hundertprozentig gesund wäre, nach dem Job, den sie seit 2005, also seit rund 14 Jahren macht, als Bundeskanzlerin, wenn sie da hundertprozentig gesund wäre, das wäre sehr verdächtig, weil dieses Programm... Mit 65. Mit 65, also, dass sie nicht öfter mal umfällt, ist meines Erachtens ein absolutes Wunder. Und guckt ihr... Achso, ne, Entschuldigung. Dadurch, dass sie so... Also, den Terminkalender, den möchte ich nicht zwei Tage haben. Und da hilft es auch nicht, wenn man mit diesen Seelenverkäufern der Flugbereitschaft von Berlin aus nach München fliegen darf. Das ist wahrscheinlich eher noch abträglich der Gesundheit. Also, jedenfalls, dass sie bei diesem Programm ab und zu vielleicht körperlich sich nicht völlig auf der absoluten Höhe befinden, das ist jetzt das Normalste der Welt. So, das ist das eine. Das andere ist, dieser Ausspruch, der ist so totalitär von dem Herrn Kastorp, dass man da einen Anspruch drauf hat. Es gab auch so einen... Das kriege ich leider nicht ganz auf die Reihe. Frau Dr. Merkel saß dann ja beim Besuch der Moldauischen oder Moldawischen, das möchte ich jetzt nicht festlegen, Ministerpräsidentin, saß sie vor der Ehrenformation beim Abspielen der Hymne. Und da hatte so ein stolzer Mensch gesagt, dass... Dänemark. Dänemark. Ja. Ja, Junge. Also, nordöstlich von uns. Und da hatte einer gesagt, beim Abspielen der Hymne zu sitzen, das geht ja gar nicht. Da hat man zu stehen. Und auch, also, es ist so, so nochmal diese, wir von der SS kennen keinen Schmerz. Und völlig, völlig krass daneben. Und auch eben dieses Apodiktische, wir haben einen Anspruch darauf, dass das zeugt von einer Grundhaltung, da ist irgendwas faul. Wahrscheinlich eine schwere Krankheit oder ähnliches, die ihn so etwas sagen lässt. Ansonsten, der Tagesspiegel macht, finde ich, überwiegend Spaß. Ja, deswegen hat mich das auch gewungert. Finde ich. Finden wir. Finden wir. Überwiegend angenehm für uns. Für uns. Also nicht nur für... Und uns nicht im Sinne von wir beide, sondern wir alle. Alle Leser, alle Leserinnen und Leser des Tages. Alle Wähler. Nein, mir war das nur ein Beläubt, da kurz drüber zu reden. Wir haben diesen Aspekt abgefrühstückt, dass wir gesagt haben, also, eigentlich kann man so krank sein, wie man will, solange man in der Lage ist, diesen Job noch irgendwie zu machen. Soll man ihn doch bitte machen. Wenn es so nicht. Und bei anderen Politikern wird halt auch nicht danach gefragt, weswegen das eine ziemliche Bigotterie ist. Das hat im Grunde genommen, hat das angefangen im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 mit Hillary Clinton. Sehr schöne Analyse. Ich habe auch einfach das Gefühl, dass da so probiert wird, dann teilweise auch von deutschen Medien, dass die gesagt haben, ah ja, super. Oder dass die sehen, aha, super, das mit der Hillary Clinton, das hat ja wochenlang auch im US-Wahlkampf funktioniert als Thema. Und jetzt bewegen wir uns gerade auf Sommerloch zu. Und dann machen wir jetzt wochenlang den Gesundheitszustand von Angela Merkel zum Thema. Finde ich auch offengesprochen sehr unverantwortlich. Also ist jetzt, ich meine, ich habe dann direkt auch den Tagesspiegel gefragt, habe ich leider bis jetzt noch immer keine Antwort bekommen. Mal ein Gesundheitszeugnis vom Stefan Andreas Kastorf. Weil die vierte Gewalt, die ist ja auch wichtig in Deutschland. Und wir als der Souverän, die haben ein Recht darauf, dass die vierte Gewalt ordentlich funktioniert. Und ich finde, dann sollte man schon wissen, dass der Herausgeber einer solchen Zeitung auch in der körperlichen Verfassung ist, so eine Zeitung herauszugeben. Das ist ja ein sehr verantwortungsvoller Job. Ja, würde ich auch sagen. Also ist auch richtig, dass wir da einen Anspruch drauf hätten, wenn wir einen Anspruch darauf hätten, dass auch Spitzenpolitiker ihren Gesundheitszustand durch Atteste belegen. Da wir Letzteres nicht haben, haben wir Erstes auch nicht. Tja, hat Stefan Andreas Kastorf nochmal Glück gehabt. Ja. So, weiter geht's. Ja, wenn es nicht so anmaßend wäre und wir noch wichtiger wären, als wir sind, könnten wir auch sagen, vielen Dank, Frau Dr. Merkel, dafür, dass Sie sich, unabhängig von der politischen Richtung, doch wirklich sehr aufreiben für Ihr kleines Wahlvolk und da... Für den Souverän. Für den Souverän, ja. Ja, okay. Sehr schön. Happy Birthday. Happy Birthday. Präsident-Elect Dr. Ursula von der Leyen. Ja, Ursula von der Leyen. Wir kommen zum nächsten Thema. Wir machen einen kleinen Wrap-up. Was war... Was ist geschehen? Ja, was ist bisher passiert? Ursula von der Leyen, wir sprachen in der letzten Folge darüber, wurde nominiert und zwar durch den EU-Rat im vorgeschriebenen Verfahren als Kandidatin für das Amt der Präsidentin der EU-Kommission. Ja, EU-Kommissionspräsidentin Dr. Ursula von der Leyen. Vom Rat vorgeschlagen, so wie es der Vertrag über die Europäische Union vorsieht und ja Ja, und jetzt gewählt. Genau. Gestern, am gestrigen Dienstag, ist die CDU-Politikerin als erste Frau und als erste Deutsche seit 50 Jahren mit 383 von 733 Stimmen zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden. Ja. 733 Abgeordnete, davon 383 Stimmen, das sind neun Stimmen mehr als die erforderliche Mehrheit der Abgeordneten, also neun Stimmen mehr hat sie bekommen und sie ist dann für fünf Jahre gewählt und Chefin, Chefin, Chefa de la Commission und die Kommission besteht aus rund 35.000, jedenfalls deutlich mehr als 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da ist sie, ja, Herrin und die EU-Kommission ist die Hüterin der Verträge, das ist so ziemlich ein recht dynamisches, ein recht dynamisches, permanentes Organ der Europäischen Union, die sitzt so ein bisschen im Zentrum, das ist so der Motor des Verwaltungsherz. Verwaltung klingt so dröge, das sind diejenigen, die auch gucken, ob die Verträge eingehalten werden, bestimmte Verfahren durchführen, wenn Verträge nicht eingehalten werden oder auch aktiv werden, wenn Verstöße gegen Rechtsstaatlichkeit in manchen Mitgliedstaaten zu besorgen sind oder evident eklatant auf der Hand liegen. Die Kommission kann klagen, sie kann Fusionen verbieten, kann Fusionen gestatten, kann Missbrauchsverfahren einleiten gegen Microsoft, Siemens und wen auch immer. Eine recht potente Einheit, ein recht potentes Organ innerhalb des, wir nennen es mal, untechnisch Verfassungsgefüges der Europäischen Union, gleichzeitig aber nicht ein Organ, das mit einer, mit der Bundesregierung etwa, mit der Regierung eines Staates westeuropäischer Prägung vergleichbar wäre. Und sie ist also gewählt, hat eine Rede gehalten, bevor sie gewählt wurde. In der sie, ja sie hat, musste sich ja relativ zügig vorbereiten oder relativ schnell und hat so verschiedene, die Fraktionen besucht im Europäischen Parlament, dann eine Rede gehalten, in der sie recht viel versprochen hat, dass so etwas austariert hat, damit sie Europäischer Mindestlohn an verschiedenen Stellen möglichst die Abgeordneten dazu bewegen würde, sie zu wählen, hat davon gesprochen, dass sie sich für das Spitzenkandidatenmodell einsetzen werde. Darüber in Kürze mehr. Darüber in Kürze mehr. Und sie hat Geschlechtergerechtigkeit eingefordert und angekündigt, sich dafür einzusetzen. Und ja, Europa bis 2050 CO2-neutral. CO2-neutral, sie hat versprochen, sich dafür einzusetzen, dass das EU-Parlament ein Initiativrecht bekommt. Das heißt, dass Gesetzesvorhaben vom EU-Parlament ausgehen können und dass die ein Gesetz vorschlagen, das dann in die entsprechenden Gremien geht. Bislang hat das EU-Parlament das nicht. Die können also nur zustimmen, ablehnen und eben nicht ein eigenes Projekt auf den Weg bringen. Das wäre meines Erachtens, ohne es jetzt schon bewerten zu wollen, wäre das sehr schön. Ja, es wäre schon sehr wichtig. Ja. So. Gewählt worden ist sie mit den Stimmen der EVP, also dem Zusammenschluss aus konservativen Parteien, die Mitglieder ins Europaparlament entsenden, von Mitgliedern, im Wesentlichen von der Fraktion der Liberalen, von einigen Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen. Die Ultrarechten haben sich wohl eher gegen sie ausgesprochen. Damit sind sie in der Gesellschaft von 19 Deutschen, 16 Deutschen aus Deutschland entsandten sozialdemokratischen EU-Parlamentarierinnen und Parlamentariern, die angekündigt hatten, unter der Führung von Frau Katharina Barley angekündigt hatten, dass sie gegen Frau von der Leyen stimmten. Diese beriefen sich darauf, dass ein undemokratischer Prozess dazu geführt habe. Eine Hinterzimmerpolitik, das Wort taucht noch immer auf. Obwohl wir letzte Woche gesagt haben, dass es nicht geht. Ja, unter Verstoß gegen den Podcast Nummer 23 taucht dieses Wort immer noch auf und die haben sich also dagegen ausgesprochen, haben das angekündigt und darauf verwiesen, dass Frau Dr. von der Leyen nicht angetreten war als Spitzenkandidatin einer europäischen Partei. Und die Grünen haben erklärt, dass sie die Kandidatur von Frau von der Leyen mit großer Mehrheit nicht unterstützt hätten und da sich auf inhaltliche Dinge bezogen im Wesentlichen. Ja, weil sie gesagt haben, das geht ihr alle, das würde ihnen nicht weit genug gehen hier mit Klimaschutz, Umweltschutz und solche Sachen. Ja, und eure Asylpolitik, falle ihnen auch nicht, was da an Vorschlägen komme. Ja, andere Parteien äußern sich noch immer, krakeelen noch immer. Die 16 SPD-Abgeordneten, deutschen SPD-Abgeordneten beschweren sich noch immer. Und unter den übrigen Sozialdemokraten der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament soll es mehrheitlich Zustimmung zu Frau von der Leyen gegeben haben. Franz Timmermans hat ja auch gestern geswidert und das sind lauter Sachen, für die ich Wahlkampf gemacht habe, gute Rede, Ursula von der Leyen. Das haben aber auch viele Leute wirklich ganz unabhängig von jetzt, sag ich mal, so der politischen Zugehörigkeit berichtet, dass diese Rede von Ursula von der Leyen tatsächlich sehr beeindruckend gewesen sein muss. Also da scheint sie wohl nochmal auch, also das war so das, was so Beobachter dann schrieben, dass sie so damit wahrscheinlich das Parlament rumgekriegt hat und noch ein paar Leute überzeugt hat, sie dann doch zu wehren. Es galt auch als ein sehr emotionaler, ich habe es leider auch nicht gesehen, aber es galt als emotional. Sie hat geendet mit einem Vive l'Europe, long live Europe, es lebe Europa. Ja. Und ich habe niemanden gehört oder gelesen, der gesagt hätte, die Emotionalität, die Frau von der Leyen dem europäischen Projekt in ihrer Bewerbungsrede, nenne ich das mal, entgegengebracht hat, diese Emotionalität sei aufgesetzt gewesen. Das hat, soweit ich das sehe, keiner behauptet. Und Frau von der Leyen hat auch, das fand ich ganz sweet eigentlich, dass sie gesagt hat, sie sei ja in Brüssel geboren und sie hätte lange Zeit gar nicht gewusst, dass sie Deutsche ist. Ja, das ist natürlich ein bisschen. Und du durchschaust das, dass das ein rhetorischer Trick war? Ja, aber da haben wir doch schon auch drüber geredet, diese, wie heißt das, Captatio Benevolencia oder irgendwie so. Ich meine, auch. Ich finde, das ist ein guter Move. Auch viele Jahre, Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg steht es Deutschen noch immer gut zu Gesicht, wenn sie sich gerade in europäischen Institutionen nicht zu sehr als Allmann zu erkennen geben. Ja, das wäre auch meine Sorge. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass sie das sehr, sehr schnell, dass sie das ablegt, beziehungsweise gar nicht erst anlegt, das Kostüm des Deutschen, weil das kostet nur Autorität. Nigel Farage. Was hat Nigel Farage gesagt? Einer unserer Lieblingsmenschen, auch in diesem Podcast, wird zumindest ab und zu leider erwähnt, hat so rhetorisch inhaltlich dann nach der Verkündigung des Wahlergebnisses noch einen ziemlichen Bock geschossen, weil er gesagt hat, naja, also die Ursula von der Leyen, die wurde ja nur knapp gewählt und sie hat die Macht, ja, aber nicht legitim. Und das ist natürlich deswegen so lustig, weil sie mit ungefähr 52 Prozent der Stimmen gewählt worden ist und der Brexit, auf dessen Durchführung Nigel Farage ja noch mit seiner Brexit-Party wie kein anderer englischer Politiker beharrt, ja, diese Abstimmung ist ja auch nur mit 52 Prozent durchgekommen. Das hat dann für großes Amüsement bei Engländern beziehungsweise Briten geführt, die also ein Problem mit dem Brexit haben und meinten, ah ja, findest du jetzt auch nicht so gut mit den 25 Prozent. Ja, wir gehen in die Bewertung, würde ich auch sagen, weil es ist jetzt erst einmal alles gesagt. Es ist erst einmal alles gesagt, habe ich festgestellt, ja. Aber das ist ein, ich finde, sehr interessanter Punkt, dass Nigel Farage, also, wie soll man sagen, dass Nigel Farage bescheuert ist, das steht, meines Erachtens müsste das außer Frage stehen. Er hat sie, er hat von der Leyen als Kommunistin auch bezeichnet. Ja, da hatte die Orientierung allerdings auch ein bisschen verloren, ja, als Kommunistin nicht schlecht. Sie, sie Niederländerin, sie, sie, sie Schülerlotsin, also völlig verfehlt. Aber das Muster, nämlich die demokratische Legitimität, Legitimation abzusprechen, ist genau dasselbe Muster, dass die glorreich kämpfenden 16 deutschen Sozialdemokraten und diese ganzen, diese ganzen unlauteren, perfide argumentierenden Gestalten, die da von Hinterzimmern sprechen und die behaupten, dass ein Demokratiedefizit dadurch gepflegt würde und zutage getreten sei, dass man nicht dem Spitzenkandidatenmodell folge. Also jedenfalls ist es exakt dasselbe Muster, dasselbe Narrativ, das Nigel Farage hier bemüht, wie das Narrativ, das die deutschen Sozialdemokraten bemüht haben. Im Übrigen keine anderen Sozialdemokraten, weil außerhalb Deutschlands das Spitzenkandidatenmodell weitgehend so unbekannt war, wie Heidi Klum in Paris ungefähr. So, jedenfalls, also Nigel Farage bedient sich genau desselben Narrativs, dass eine Mehrheit, der bezeichnet einfach und ganz krass eine absolute Mehrheit und zwar die Mehrheit, die in dem demokratisch zustande gekommenen Europäischen Unionsvertrag vorgesehen ist, die ist zustande gekommen und er sagt, die ist nicht demokratisch legitimiert. Es wird genau das Modell zur Wahl der EU-Kommissionspräsidentin angewandt, das vertraglich vorgesehen ist und die deutschen Sozialdemokraten sagen, das ist ein Demokratiedefizit, das da zum Tragen kommt. Das ist unlauter und bleibt unlauter und da sind die deutschen Sozialdemokraten, jetzt hole ich gleich mal Luft, aber da sind die deutschen Sozialdemokraten auf dem Niveau und das ist mit das Schlimmste, was man jemandem attestieren kann politisch auf dem Niveau von Nigel Farage. Ja, das, jetzt haben wir mal selber so einen AfD-Vergleich gebracht, über den wir uns bei Thorsten Schäfer-Gümbel zurecht aufgeregt haben. Verschiedene Sachen, also erstens, ich habe diesen Nigel Farage-Speed jetzt nochmal gefunden, der ist wirklich sehr, sehr lustig, ist Twittergold. Ursula von der Leyen has scraped in by nine votes, Punkt. Power but no legitimacy. Ja, das ist halt schon mal, das ist schon mal starker Tobak. Ich fand die Grünen in ihrer Ursula von der Leyen-Kritik und vielleicht sollte man mal so anfangen. Ich fand die Grünen in ihrer Ursula von der Leyen-Kritik irgendwie ganz gut. Dieser Sven Giegold, der hat sich da einfach hingestellt und hat halt gesagt, ja, also wir lehnen von der Leyen aus den und den und den Gründen ab. Die SPD schadet in meinen Augen mit dieser absurden Begründung für Ursula von der Leyen-Ablehnung direkt auf mehrfache Art und Weise in diesem ganzen Prozess. Also erst mal stellt sie einen demokratisch legitimierten Prozess und ich glaube, ich muss das nochmal erklären, warum das demokratisch legitimiert ist. Also das EU-Parlament wird demokratisch gewählt von allen Bürgerinnen und Bürgern, die wahlberechtigt sind in der EU. So, und dann wird die Kommissionspräsidentin vorgeschlagen von den Regierungschefs der Mitgliedstaaten der EU. Diese wiederum sind bei allen Defiziten, die es möglicherweise in einigen Mitgliedstaaten geben mag, auch demokratisch legitimiert. So, also da kann man dann natürlich irgendwie Scheiße finden, dass man damit, weiß ich nicht, Viktor Orban oder Matteo Salvini an einem Tisch sitzt und die dann mitentscheiden, wer nächster Kommissionspräsident wird. Aber so ist das halt. Und so hat man sich das System ausgedacht, so funktioniert es. All diese Staaten haben einen Vertrag geschlossen, den EUV, den Vertrag über die Europäische Union. Die haben, all diese Staaten, Mitgliedstaaten haben einen Vertrag geschlossen, den in nationales Recht umgesetzt. Manche hatten noch Volksabstimmungen dazu, wenn sie es brauchen, andere nicht. Jedenfalls haben die ein Vertragswerk geschlossen, in dem steht drin, auf Vorschlag dieses demokratisch legitimierten Rates, bei dem das Ergebnis der Wahlen zum Europaparlament zu berücksichtigen ist, auf Vorschlag, also dieses Rates entscheidet, wählt das Parlament einen Präsidenten für die EU-Kommission oder lehnt ihn ab. Ja, und also jeder, der sagt, es war ein undemokratischer Vorgang und gleichzeitig sich Artikel 17 anschaut, das EUV, jeder, der das beides tut, also einerseits sagt, es war undemokratisch und andererseits mal diesen Artikel liest und es dann immer noch sagt, an dessen mentaler Gesundheit oder an dessen lauteren Absichten muss man zweifeln. So, und der Punkt ist, und darauf will ich halt hinaus, damit schadet die SPD diesem ganzen Prozess, der ganzen Institution und der ganzen Diskussion halt doppelt und dreifach, weil erstens, da haben wir letzte Woche schon drüber geredet, man kann das nicht ideal finden, diesen Prozess, ja, aber, und er ist wahrscheinlich auch weit davon entfernt ideal zu sein, wenn das Parlament ein direktes Vorschlagsrecht hätte, wäre auch super. Gleichzeitig muss man da auch abwägen, wenn jetzt zum Beispiel auf einmal jede Fraktion Vorschlagsrecht bekäme, könnte das am Ende auch dazu ausarten, dass dann die Rechtsextremen das irgendwie nutzen, um da wieder irgendwie ihren Pappenhammern irgendwie eine Bühne zu geben. Weißt du, also ich hätte jetzt keinen Bock zum Beispiel auf eine Rede von Nigel Farage, was er machen würde, wenn er jetzt EU-Kommissionspräsident wäre oder so, verstehst du? Aber das sind alles so Feinheiten im Verfahren, da kann man sich noch drüber Gedanken machen. Also, erstens wird ein Prozess, der demokratisch legitimiert ist, wenn auch nicht möglicherweise jedem gefällt, einmal voll durch den Kakao gezogen, die Institutionen werden schlecht gemacht, es werden Politikern irgendwie absurde Absichten unterstellt. Also die Vehemenz, mit der jetzt einfach auch Ursula von der Leyen unterstellt worden ist und ich bin jetzt bei weitem kein Ursula von der Leyen-Fan, aber mit der ihr jetzt quasi jede fachliche Qualifikation abgesprochen worden ist, aber ohne es inhaltlich zu begründen, ja, sondern nur mit diesem, ah ja, aber wie kann man denn auf einmal dann Verteidigungsministerin und jetzt EU-Kommissionspräsidentin, die wollen ja alle nur irgendwie gut bezahlte Jobs und so, da ist wieder so dieser übliche Schmonz. Und vor allen Dingen, was die SPD damit geschafft hat, mit dieser absurden Ablehnung ist, dass es tatsächlich keine inhaltliche Debatte gab. Aber es gab tatsächlich keine inhaltliche Debatte über, warum man zum Beispiel Ursula von der Leyen wählen oder meinetwegen auch nicht wählen sollte. Also der Typ von den Grünen hat es wie gesagt ja noch inhaltlich begründen können. Aber irgendwie ganz Deutschland hat darüber diskutiert, ja, die SPD sagt Spitzenkandidatenprozess. Hat auch ein Journalist getwittert, mal sehen, ob ich den Tweet noch finde, dass wenn man die SPD im Europäischen Parlament fragt, dass die tatsächlich sagen, dass die Wahlbeteiligung bei der Europawahl so groß gewesen sei wegen des Spitzenkandidatenprinzips und jetzt nicht wegen dem drohenden Rechtsruck und so. Also magisches Denken noch und nöcher und eben keine Debatte in der Sache. Und man könnte ja, Ursula von der Leyen, klar kann man die dafür kritisieren, dass man sagt, was ist denn da jetzt hier passiert mit diesen Vergaben bei der Bundeswehr? Was ist denn da passiert mit diesen komischen Beratern, wo es ja jetzt auch einen Untersuchungsausschuss deswegen geben wird? Und was macht eigentlich die Gorch Fock? Und was macht eigentlich die Gorch Fock? Das sind alles Sachen, die kann man sie als Bundesverteidigungsministerin und die muss man sie auch irgendwie fragen. Und dann kann man natürlich daraus auch irgendwie ableiten, dass sie möglicherweise für diesen Job nicht geeignet ist. Aber sie aus so pseudoformalen Gründen abzulehnen und dann das Verfahren so einmal komplett durch den Dreck zu ziehen, das finde ich echt ein bisschen schwierig. Und ich hatte es auch heute getwittert und meine es so halb ernst. Die SPD hat natürlich ihren Spitzenkandidaten Martin Schulz. Nach der Bundestagswahl 2017 hat sie natürlich auch kein Spitzenamt zukommen lassen. Ich meine gut, daran war Martin Schulz auch noch so ein bisschen selbstbeteiligt, weil er gesagt hat, er wird nicht Minister in einer Koalition mit Angela Merkel. Wir wollen nochmal die Kirche im Dorf lassen. Dann sollte er Außenminister werden. Dann hat sich irgendwie Sigmar Gabriel beschwert. Dann ist es Heiko Maas geworden. So. Aber ich, ich, das ist nicht so, dass die SPD in der Vergangenheit mit ihren Spitzenkandidaten irgendwie besonders zimperlich umgegangen wäre oder dann darauf beharrt hätte, beharrt, dass sie dann darauf beharrte, dass diese Spitzenkandidaten irgendeine wichtige Rolle in irgendeiner wie auch immer gearteten Regierung haben bekommen. Und die Aussage, wenn man mal sich versucht, ein wenig mit dem Spitzenkandidatenmodell auseinanderzusetzen und sich das anschaut, war und wäre ja die Aussage gewesen, dass der Spitzenkandidat der stärksten Fraktion dann EU-Kommissionspräsident werden soll. Das heißt also, die SPD hätte die Möglichkeit gehabt, den Spitzenkandidaten der stärksten Fraktion, so wie man das typischerweise in einer parlamentarischen Demokratie macht, da nimmt typischerweise die stärkste Partei stellt den Regierungschef, so kennen wir das. Jedenfalls hätte die SPD die Gelegenheit gehabt, zu sagen, EVP, ihr seid die stärkste Fraktion, dann unterstützen wir euren Kandidaten. Und wenn sie das getan hätten, dann wäre es sehr schwierig gewesen für den Europäischen Rat, den Spitzenkandidaten Weber nicht zu nominieren. Also ich will sagen, die Chance auf den mehr oder weniger siegreichen Spitzenkandidaten Weber, nämlich den Spitzenkandidaten der stärksten Fraktion im Europäischen Parlament zu setzen, diese Chance hat die SPD bewusst, haben die Sozialdemokraten bewusst nicht ergriffen. Da haben sie gerade sich ins eigene Knie geschossen und den Spitzenkandidaten abgelehnt. Die wollten ihren eigenen Spitzenkandidaten, der aber verloren hatte, jedenfalls nach dieser Arithmetik, wer ist die stärkste Partei, den haben sie selber abgelehnt. Und dann wollten sie aber das Spitzenkandidatenmodell doch irgendwie wieder haben, obwohl sie den Spitzenkandidaten der siegreichen Fraktion nicht haben wollten. Also der relativ siegreichen. Und hinzu kommt, dass die Spitzenkandidaten, das passt jetzt ja auch nicht so, das passt zu einem Parteiensystem, zu einer Parteiendemokratie wie in Deutschland passt das, dass man sagt, okay, das Parlament wählt die Regierung. Aber das ist ja deutlich komplexer als Institutionengefüge in der Europäischen Union. Das ist ja, die wählen ja nicht die Regierung und das Parlament ist auch gar nicht so ein Parlament, bei dem man als Wähler wirklich die Richtung dieses Parlaments vorgibt. Welche Richtung hat man denn, wenn man da die ganze, wenn man da SPD wählt? Welche Richtung im Europäischen Parlament hat man denn, wenn man die CDU in Deutschland oder die Volkspartei in Spanien wählt? Das ist ja völlig offen. Also das Spitzenkandidatenmodell ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss und es passt auch nicht wirklich auf das EU-System. Was da passen würde, wäre, wie der kluge Verfassungsrichter Dieter Grimm ad. Dieter Grimm gesagt hat, europäische Listen wären halt das, damit ein europäischer Dialog zustande kommt. Und man muss sagen, wo wurde zum Beispiel, wo ist denn eigentlich der Spitzenkandidat Timmermans bestimmt worden und wo ist der Spitzenkandidat Manfred Weber bestimmt worden? Ja, da in so Parteiklicken im Hinterzimmer ernährt. Jetzt bin ich aber entsetzt. So was. Und ja, das ist einfach sehr, sehr unredlich und das, also ich will jetzt der SPD nicht vorwerfen zu agieren wie die AfD, aber diese, diese Vertikalisierung, also dieses, die da oben, wir da unten, die in ihren dicken Limousinen mit den fetten Posten in ihren Hinterzimmern, und wir hier unten, das ist schon vom Muster her, also wie gesagt, ich will nicht sagen, die sind wie die AfD, aber das Muster ist in diesem Fall genau das. Die da oben machen mit uns, was sie wollen. Ja, vor allem, sie hauen frei von Fakten auf irgendwelche demokratischen Institutionen drauf und stellen sich halt irgendwie als Opfer dar, vor allem auch ohne in irgendeiner Verhandlungsposition zu sein. Also ich meine, das muss man sich halt... Die Verhandlungspositionen auch aufgegeben haben. Wenn die sagen, wir wählen euch sowieso nicht, wir wählen dich sowieso nicht, kannst du auch keine Forderung mehr stellen. Und ich finde es so bescheuert, also gerade, und das wundert mich, ich meine gerade bei so Leuten wie Katharina Barley, die kennt doch Ursula von der Leyen noch aus den Kabinettssitzungen. Und ich meine, ich könnte mir echt schlimmere Dinge vorstellen, als EU-Abgeordneter oder als EU-Abgeordnete persönlich die Kommissionspräsidentin zu kennen. Auf einer persönlichen Ebene. Also ich muss, also am Ende des Tages musst du dir doch tatsächlich die Frage stellen, was kommt am Ende dabei rum? Wie viel Einfluss kann ich da als Abgeordneter im EU-Parlament entfalten? Und wie gesagt, also die Ursula von der Leyen wird mit Sicherheit nicht alle 600 oder wie viele Abgeordnete das da sind persönlich kennen. Und wie gesagt, es wäre, glaube ich, cooler, wenn man sich da verhandlungsmäßig, aber gut, wir wissen es nicht, was die SPD dort getrieben hat, rational erklären kann man es nicht. Kann man es nicht, ja. Kann man es nicht, weil, also, wenn man sie nicht wählen will, dann hätte man es halt inhaltlich begründen müssen. Wenn man es inhaltlich begründen hätte müssen, hätte man sich wahrscheinlich auch schnell wieder dem Vorwurf ausgesetzt, ja gut, warum seid ihr dann mit denen in der Bundesregierung? Ja, es stellt sich. Aber, also, sagen wir mal so, am Ende des Tages wird für die SPD auch natürlich ein Catch-22 daraus. Egal, wie sie es macht, macht sie es falsch. Was aber natürlich auch daran liegt, dass sie seit Jahren, Jahrzehnten komplett inkonsequent arbeitet, hantiert und dadurch natürlich sehr viel Glaubwürdigkeit eingebüßt hat, wodurch man ihr diese ganzen Sachen dann immer sehr schön aufs Brot schmieren kann. Es wird ja gesagt, Mensch hier, Frau von der Leyen, das war aber so Arsch über Latte, ja mit neun Stimmen Mehrheit, das war ja knapp und Zitterpartie, bla bla. Umgekehrt könnte man sich ja mal fragen, was wäre denn eigentlich passiert, wenn die Frau von der Leyen die Mehrheit verfehlt hätte, nicht gewählt worden wäre, es keinen EU-Kommissionspräsident gegeben hätte, Präsidentin, dann wäre innerhalb eines Monats hätte ein neuer Vorschlag gemacht werden müssen. Aber was wäre denn die Konsequenz gewesen, wie hätte denn dann die sozialdemokratische Fraktion und vor allem diese 19 Abgeordneten... 16. Wie du auf 19 kommst. Ja, das würde ich gleich nochmal ergründen. Wunschdenken. 2019, ja es ist noch dieses, wir sind doch mehr als wir glauben, aber jedenfalls, wenn die Wahl der, die Bestimmung einer, die Wahl einer neuen Kommissionspräsidentin daran gescheitert wäre, dass sie 16 Sozialdemokraten aus Deutschland, weil ihnen irgendwie, weil sie irgendwie so rumpelstilzchenmäßig beleidigt sind, weil sie deshalb also nicht, nicht ihr Stimmverhalten daran ausrichten, an persönlichen Befindlichkeiten. Also was wäre passiert, wenn das daran gescheitert wäre, das wäre ein ziemliches Chaos gewesen, weil die hätten dann gesagt, ja, was kann man denn sagen, wenn man die wegen fehlender Spitzenkandidatenqualität ablehnt, dann hätte man ja als einzigen Ausweg gehabt, okay, müssen wir einen Spitzenkandidaten bestimmen, dann hätte man Manfred Weber aus der Hecke geholt, der jetzt dann wirklich völlig zerstört ist. Und ich meine, wenn Manfred Weber vor Emmanuel Macron steht, dann, ja, wir können es uns kaum vorstellen, dann sagte sie, Monsieur le Président, und ja, da hätte man sich also wieder im Kreis gedreht, bis die, weil mehr als diese beiden Spitzenkandidaten gab es nicht, ne, und die waren raus. Und dann sagen die, nee, wir wollen aber einen Spitzenkandidaten. Wenn es dann daran gescheitert wäre, hätten die ohne jegliche Möglichkeit dargestanden, eine vernünftige Position einzunehmen, wäre denn nun der andere, der Alternativvorschlag zu Frau von der Leyen hätte sein sollen. Also, ja, ja, also, was mich in dem ganzen Zusammenhang, ja, was mich in dem ganzen Zusammenhang auch nochmal gewundert hat, ist, dass selbst, dass selbst Manfred Weber von Hinterzimmerpolitik sprach. Ja, das war auch nicht sein stärkster Moment. Er ist schon sehr betroffen. Er zeugt aber auch von einer Verwechslung der Kategorien, denn um den Menschen Weber ging und geht es an keiner Stelle bei der Frage des Spitzenkandidatenprozesses. Also, natürlich ist es, ich kann es auch menschlich verstehen, dass du enttäuschtest, aber keine Frage, der wäre gerne EU-Präsident geworden, Kommissionspräsident. Aber, also, die persönliche Betroffenheit ist in der politischen Diskussion ein absolut invalides Kriterium. Du kannst nicht sagen, ich bin jetzt traurig und deshalb war das falsch. Nein, das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Kann es traurig sein, das hat aber nicht mehr und weniger Konsequenz, als dass du dann traurig bist. Ich finde es halt krass, dass der Weber seine eigene Kandidatin, also die Kandidatin seiner Schwesterpartei, die, die vom EU-Rat vorgeschlagen wurde, dass er die nochmal so beschädigt, indem er halt nochmal sagt, das wäre ja ein Hinterzimmerprozess. Ja, und die von der Parteienfamilie her genau aus dem Lager der stärksten Fraktion kommt, nämlich der CDU-slash-EVP. Ja. Und, ich meine, er kann das ja für wünschenswert halten, dass der Spitzenkandidatenprozess festgeschrieben wird, so wie er das gesagt hat. Damit richtigerweise beschreibt er den Umstand, dass dieser Prozess aktuell nicht rechtlich verbindlich etabliert ist. Er ist rechtlich nirgendwo etabliert. Es war einfach eine Idee, die im Wesentlichen die deutschen Parteien entwickelt hatten. Also man müsste mal wirklich fragen, liebe anderen europäischen Mitgliedstaaten, habt ihr bei der Wahl eigentlich berücksichtigt, dass, habt ihr bei eurer Wahlentscheidung dem Umstand Bedeutung beigemessen, dass diese Wahlentscheidung einen bestimmten Spitzenkandidaten fördert, der dann EU-Kommissionspräsident wird? Okay, kann ich natürlich nicht belegen, aber ich bin davon überzeugt, dass die Antwort ganz überwiegend Nein sein wird. Das wusste gar keiner, dass er da nach Auffassung von 16 SPD-Abgeordneten einen Spitzenkandidaten durch seine Wahl ins Amt, dem Amt des EU-Präsidenten, Kommissionspräsidenten näher bringen würde. Wahrscheinlich unbekannt. Ich würde auch behaupten, dass selbst bei den deutschen abstimmenden Menschen die Leute nicht wussten, wer da möglicherweise... Ja, immerhin 26 Prozent der Wahlberechtigten kannten Herrn Manfred Weber. Ja, dann bestätigt sich ja die Theorie der SPD, dass die Leute wegen des Spitzenkandidatenprozesses geradezu an die Wahlurnen getrieben wurden. Ja, lange Schlangen bildeten sich dann Franz Timmermans und Manfred Weber. Ja, der Umstand, dass Frau von der Leyen, die ja einen Tag oder zwei Tage vor der anstehenden Wahl vom Amt der Bundesverteidigungsministerin zurückgetreten ist, Der Umstand, dass sie jetzt zurückgetreten ist, bedingt ja auch in Deutschland im Kabinett eine interessante, in der Rochade ist es nicht, aber eine interessante Entwicklung im Kabinett. Eine interessante Entwicklung im Bundeskabinett. Womit wir bei unserem nächsten und vielleicht sogar letzten Thema für heute wären. Die Vorsitzende der CDU, der christlich-demokratischen Union, die Vorsitzende, also Verschiedenes. Es gab gestern eine sehr lustige Situation, ich fange mal so an, es gab gestern eine sehr lustige Situation, wenn man ein iPhone besitzt, dann gibt es eine News-App. Und die sieht man, indem man einmal so, also man scrollt da in so einen Bildschirm rein, der ist irgendwie ganz links. Auf jeden Fall, dieser Bildschirm, ich bin gerade, ah, okay, gut, ich gucke nur gerade, was hier auf meinem iPhone passiert. Da gibt es dann so eine News-App und die zeigt einem dann irgendwie die vier Schlagzeilen an, die gerade so virulent sind. Und da konnte man gestern einmal die Meldung lesen, dass Jens Spahn Bundesverteidigungsminister wird. Und gleichzeitig, daneben konnte man die Meldung lesen, dass Annegret Kramp-Karrenbauer die Bundesverteidigung... Minister in der Verteidigung, ja. Man kann noch ergänzen, das ist aber nur ein kleiner Seitenhieb. Fokus meldete, dass Jens Spahn Bundesverteidigungsminister wird. Da waren die aber gar nicht so schlecht informiert, weil der Robin Alexander von der Welt das wohl so beschrieb, dass Merkel zuerst auf Spahn wohl zugegangen sei, in so einer Telco des Präsidiums der CDU irgendwie, ja. Und hätte erst Spahn gefragt, ob er nicht Bundesverteidigungsminister werden will. Er mache doch, Zitat Robin Alexander, er mache doch so einen bombigen Job als Gesundheitsminister. Wobei da dann berichtet wird, dass einige Präsidents... Das ist ja geschmacklos beim Verteidigungsministerium, bombig, oder? Dass einige das als Kritik von Merkel aufgefasst haben, einige für tatsächlich ernst gemeintes Lob. Man weiß es nicht. Und ich nehme mal an, dass in dem Moment, in dem Angela Merkel Jens Spahn fragte, im Präsidium verschiedenste Leute SMSen an verschiedenste Journalisten geschickt haben. Und dann hat aber aus irgendeinem Grund, glaube ich, Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt, nee, sie würde das gerne machen. Und jetzt ist Annegret Kramp-Karrenbauer heute, glaube ich, schon die Ernennungsurkunde bekommen, nicht vom Bundespräsidenten, nicht vom Chef des Bundes... Also vom Präsidenten des Bundesrats. Das ist ja im Moment, ich glaube, Stefan Günther heißt der, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Nein, vom Vizepräsidenten des Bundesrats, unser Mann in Hollywood, Michael Müller, hat Annegret Kramp-Karrenbauer die Urkunde überliehen, überliehen, verliehen, dass sie jetzt Bundesverteidigungsminister wird. Und jetzt wird tatsächlich zur Vereidigung von Annegret Kramp-Karrenbauer der gesamte Bundestag aus den Ferien geholt. Und das ist tatsächlich eine Angelegenheit, das wurde bis jetzt noch nicht diskutiert, aber das ist tatsächlich eine Angelegenheit, wo der deutsche Steuerzahler... Der Ehrlische auch. Der Ehrlische ist der Dumme. Wo der deutsche Steuerzahler dann dafür aufkommt, die Flugtickets und was auch immer für Tickets zu bezahlen, damit die Mitglieder des Deutschen Bundestages bei der Vereidigung von Annegret Kramp-Karrenbauer zur Bundesministerin der Verteidigung dabei sein können. Ja, es gibt also, abgesehen davon, dass der Bundespräsident im Urlaub und der Bundesratspräsident im Ausland waren, deshalb der stellvertretende Bundesratspräsident, nämlich Michael Müller, tätig werden musste, rumpelt ist bei der Ernennung von Frau AKK, auch insofern, als dass wohl massive Umbauarbeiten im Plenarsaal aktuell stattfinden. Genau, und deswegen müsste diese Ernennungssitzung im Paul-Löbe-Haus stattfinden. Das ist alles nicht so einfach. Was ich interessant fand, war, dass jetzt bezüglich der Ernennung Annegret Kramp-Karrenbauers, da gibt es natürlich auch Kritik, und zwar in eine Richtung vor allen Dingen. Ich fange aber mal an, was ich interessant fand, welche Kritik nämlich nicht kam, nämlich die der Hinterzimmerpolitik. Es hat niemand irgendjemandem vorgeworfen, dass jetzt Annegret Kramp-Karrenbauer zur Verteidigungsministerin ernannt wird, und die wird ja tatsächlich ernannt. Die Bundeskanzlerin sagt, das ist jetzt die Verteidigungsministerin, und dann bekommt die... Sie wird durch den Bundespräsidenten ernannt. Sie wird durch den Bundespräsidenten ernannt. Auf Vorschlag der Bundeskanzlerin. Auf Vorschlag der Bundeskanzlerin, vollkommen richtig. Das fand ich ganz interessant, dass da niemand dem CDU-Präsidium Hinterzimmerpolitik vorgeworfen hat. Und die Kritik, die jetzt an Annegret Kramp-Karrenbauer kommt, ist, dass sie konfrontiert wird mit einem Zitat, das sie mal abgegeben hat, wo sie sagt, sinngemäß, ich habe mich bewusst für ein Partei und kein Regierungsamt entschieden, in der CDU gibt es viel zu tun. Ja, das hat sie der Bild-Zeitung oder Bild am Sonntag gegenüber erklärt. Und da können wir ja mal gerade, ich habe es mal rausgesucht, im Falle einer Kabinettsumbildung, sagte Frau Kramp-Karrenbauer... Wann? Ich mach dir diese rhetorische Pause an. 3. Juli 2019. Oh! Oh! Heppale! Und im Falle einer Kabinettsumbildung, Klammer auf, das war gestern der Fall, will CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer nicht Ministerin werden. Auf die Frage der Bild-Ausführungsstriche, ob sie Ministerin werden würde, falls Verteidigungsminister Ursula von der Leyen nach Brüssel wechseln sollte, antwortete Kramp-Karrenbauer, Doppelpunkt, Zitat jetzt, Ich habe mich bewusst entschieden, aus einem Staatsamt in ein Parteiamt zu wechseln. Es gibt in der CDU viel zu tun. Das heißt also, übersetzt, nein. Am 3.7. hat sie das gesagt. Am 3.7., also vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen, richtig. Ja, das wird ihr jetzt ziemlich vorgehalten. Das ist tatsächlich schlecht, wenn das vor zwei Wochen war. Ich habe gedacht, das wäre jetzt schon länger her gewesen. Ja, also das wird ihr doch, wird ihr vorgehalten, wollen wir vielleicht erst mal so berichten. Was ihr noch vorgehalten wird, ist, dass sie bislang Außen- und Sicherheitspolitik nicht betrieben hat. Sie hat also keine nachgewiesenen Kenntnisse da. Wahrscheinlich liest sie Internationales gern in Saarbrücker Nachrichten oder sowas. Weiß ich nicht. Oder im Blies-Ransbacher-Boten da oder was. Das ist gemein. Ja, das ist wirklich gemein. Das war nicht nett. Aber jedenfalls, ich will ja auch nur den Vorwurf, ich will ja nur den Vorwurf machen, ich will da nur rumpolemisieren. Also jedenfalls macht man, das wird eingewandt. So, wie finden wir das? Also das eine finde ich sehr, sehr ungeschickt, finde ich aber nicht skandalös, dass sie sagt, ich möchte ein Parteiamt machen und nicht an den Kabinettstisch und 14 Tage später geht sie an den Kabinettstisch. Finde ich ungeschickt, finde ich aber jetzt nicht, dass sie da jemanden betrogen hätte im untechnischen Sinne. Das ist einfach, also ich finde es sehr ungeschickt, weil also diese Äußerung, da hat sie die politische Situation völlig falsch eingeschätzt, was alles passieren kann. Die mangelnde Erfahrung, gut, das müssen wir mal, würde ich ihr jetzt auch zugestehen, also ich finde es ja blöd, aber ich würde ihr trotzdem zugestehen, dass sie sich da als kompetent erweisen kann, diese Chance muss sie meines Erachtens haben. Also, ja, das ist meine vorläufige Meinung. Erstens der, als Ministerpräsidentin des Saarlandes, sage ich mal, auch wenn der Haushalt, ich überlege gerade, ob der Haushalt der Bundeswehr größer ist als der des Saarlandes, das sind aber jetzt so Feinheiten, die wir jetzt auf die Schnelle nicht geklärt kriegen. Nein, worauf ich hinaus will, ist, also was man ihr natürlich schon zugestehen kann, ist, dass sie als Ministerpräsidentin des Saarlandes Erfahrung damit hat, wie es in so einem Ministerium abläuft, weil die, ich weiß nicht, ob das in, im Saarland wird es wahrscheinlich auch Staatskanzlei heißen, die saarländische Staatskanzlei ist halt auch sowas wie ein Ministerium, also nicht nur die Ministerien sind Ministerien, auch das Bundeskanzleramt. Das kleine Kanzleramt, ja. Das kleine Kanzleramt, ganz kleines Kanzleramt. So groß wie ein Saarland. Also erst mal das, das muss man ihr zugestehen. Zweitens, es war tatsächlich einfach ungeschickt zu sagen, ich mach das nicht. Oder ich, 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 sondern da hätte man... Sag niemals nie, hieß es schon bei James Bond. Ja, also der Witz ist, ich kann natürlich verstehen, wenn du in dem Moment, wo du gefragt wirst, ja, und kommen sie dann jetzt ins Bundeskabinett, ja, da kannst du, wenn du dann sagst, ja klar komme ich ins Bundeskabinett, habe ich voll Bock drauf, dann heißt das sofort, AKK sägt schon an von der Leyen's Stuhl oder irgendwie so, ne. Und deswegen muss man in so einer Situation eigentlich sowas sagen wie, wissen Sie, eine solche Frage stellt sich mir im Moment nicht, aber sie können sich sicher sein, wenn mich der Ruf ereilt, dann werde ich meiner Verantwortung gerecht werden. So, genau. Ja, guck mal, wir können die Floskenden schlafen. So, ne, wir können, genau. Oder wenn jetzt, weiß ich nicht, wenn die Bundeskanzlerin der Meinung sein sollte, dass ich mich mit meinen Kompetenzen zum Wohle der Bundesrepublik Deutschland einbringen kann, dann wäre es vermessen, Nein zu sagen oder bla bla bla. Ja, also da gibt es von, sag ich mal, es gibt ein breites Spektrum zu, wissen Sie, das kann im Moment keiner sagen, und ich bitte Sie um Verständnis, dass ich da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen möchte, bis zu, ja, ich möchte. Es gibt ein breites Spektrum an Dingen, die Annegret Kramp-Karrenbauer hätte sagen können, die intelligenter gewesen wären als genau das, was du da gerade zitiert hast. Es ist ein bisschen, ich musste an Martin Schulz denken, über den wir heute auch schon geredet haben, beziehungsweise auch über seine Aussage, dass er eben nicht Mitglied einer Regierung Merkels sein will. Oder das hat er ja auch direkt nach der Wahl gesagt, dass die SPD auf keinen Fall mit der CDU nochmal koalieren wird und so weiter. Wir gehen in die Opposition. Genau, solche Festlegungen zu früh sind tatsächlich schlecht. Man beraubt sich selbst politischer Optionen. Ja, und mit dem Merkmal ungeschickt hat man schon verschiedene Fehltritte der Frau Kramp-Karrenbauer aus der letzten Zeit belegen können. Die waren einfach ungeschickt. Also ihre Scherzchen und das Zeug ist ein Indiz, wenn wir mal vorsichtig sagen, ist noch kein Beweis dafür, dass sie es nicht kann. Aber es ist ein Indiz, dass so etwas in die Richtung geht, dass sie da doch häufiger grundlegende Fehler in ihrer Einschätzung begeht. Zumal es gibt ja also das, was du gerade referiert hattest, dass Herr Jens Spahn das Amt dankend abgelehnt hat, das ihm angetragen wurde, das des Verteidigungsministers. Es gibt aber ja auch die These, dass Frau Kramp-Karrenbauer, die ja als CDU-Vorsitzende, das ist ein Ressort, das die CDU besetzen darf, doch auch recht nah dran ist an der Vergabe dieses Ministeriums. Und es gibt die Berichte, die sagen, die Frau Kramp-Karrenbauer hat sich dann da, als sie sah, Mensch, sonst kommt der Spahn und gräbt mir das Wasser ab oder der profiliert sich da, dass sie dann da zugegriffen habe. Und auch, um das Defizit zu kompensieren, das sie aktuell hat, dadurch, dass sie, wenn ich es richtig sehe, nicht mal ein Bundestagsmandat hat und kein Rederecht im Bundestag hat, obwohl sie Vorsitzende der größten Partei im Bundestag ist, dass sie nicht mit am Kabinettstisch sitzt. Und dass dieses Defizit sie versuchte dann zu versuchen wird, sie und ihre politischen Freundinnen und Freunde dadurch zu kompensieren versuchen werden, dass sie eben eine bedeutende Rolle im Bundeskabinett einnimmt. Ob das aufgeht, kann man bezweifeln. Bislang war das, ja, auch für Frau von der Leyen, war das Amt des Bundesverteidigungsministers, war ja bislang kein Sprungbrett. Das war ja eigentlich eher was für die gezielte Bauchlandung. Manche haben sich allerdings auch, wie Karl Theodor zu Guttenberg, außerberuflich daraus katapultiert. Oder Rudolf Scharping. Hat er sich das Amt des Verteidigungsministers aufgegeben, nachdem er da in diesem erbärmlichen Pool sah? Der Witz ist der, Rudolf Scharpings Karriere. Ich glaube, Rudolf Scharping ist tatsächlich der einzige Mensch auf der Welt. Also, das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Wir machen jetzt gerade einen historischen Exkurs. Erfolgreiche SPD-Politiker. Da findest du doch jetzt gar nichts, wenn du googelst. Also, Rudolf Scharping hat, glaube ich, wie kein anderer, ich streng es mal ein, Rudolf Scharping hat wie kein anderer deutscher Politiker vom 11. September 2001 profitiert. Vom Anschlag auf die Twin Towers. Denn, und daran können sich wahrscheinlich die wenigsten noch dran erinnern, die Bundesrepublik Deutschland war ja schon mal engagiert im Kosovo. Und das fiel auch unter die Amtszeit von Rudolf Scharping, als er Verteidigungsminister war. Und was passierte, war, dass Rudolf Scharping in einer Pressekonferenz einen super geheimen, ich weiß jetzt nicht, NATO-UNO-Sonstwas-Konvoi die Route verriet. Also, da sollte irgendein, und das war ein, das war ein, das war ein mittelgroßer, das war ein mittelgroßer Skandal. Und dann häuften sich halt so andere Sachen. Und dann hieß es auch, ja, also Schröder sei momentan, also Gerhard Schröder, der damalige Bundeskanzler, Gerhard Schröder sei auch so ein bisschen unzufrieden mit Rudolf Scharping und so. Und es liefen so ein paar andere Sachen nicht rund. Und es gab auch sogar schon Gerüchte, dass Rudolf Scharping bald gehen können müsste. Also, wie gesagt, da war dieses Gespräch, also diese Pressekonferenz, die war da ganz maßgeblich. Es war auch wirklich peinlich. Da gibt es noch so, da gab es auch Videos von dieser Pressekonferenz. Da versuchten ihn dann noch so Leute von der NATO, irgendwelche Militärs, versuchten Scharping noch abzuhalten, das zu sagen. Und der ließ sich aber nicht beirren. Das ist nach meinem Verständnis gilt das sofort. Und war ganz empört, dass man also jetzt versuchte, ihm hier das Wort abzuschneiden und so. Das war sehr, sehr peinlich. Genau, also Rudolf Scharping hat wie kein anderer dann nämlich davon profitiert, dass es nach dem 11. September 2001 ganz andere Sachen gab, über die Deutschland dann sprach, zum Beispiel, dass man Truppen nach Afghanistan schickt und so. Aber was ihn dann tatsächlich einholte, das waren die Fotos in der, ich glaube, Gala oder in der Bunden mit der Gräfin Pilati. Ja, ich glaube, in der Bunden. Das war cool. Aber das war auch mehr so, da war er, glaube ich, schon abgestiegen und das hat ihm dann endgültig das politische Genick gebraucht. Da waren alle dann irgendwie total editiert. Er war dann noch Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. ADFC, ja. ADFC. So, aber wir waren ja bei der Frage, wem hat das Amt des Bundesverteidigungsministers, der Bundesverteidigungsministerin jemals irgendwas gebracht? Franz Josef Strauß war es nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich ein, also sagen wir mal so, es würde mich wundern, wenn sich Annegret Kramp-Karrenbauer durch ihr Engagement im Verteidigungsministerium danach tatsächlich für Höheres empfehlen würde. Weil ich glaube, das Bundesverteidigungsministerium ist ein Augias-Stall in einer Größenordnung, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Ja, und die Metapher Schleudersitz, also ein Schleudersitz im Augias-Stall, wie schön. Uiuiui. Nein, ich glaube halt einfach, ich glaube halt einfach, dass es nicht möglich ist, da unbeschadet rauszukommen, weil das einfach, weil du da eben nicht Tabula-Raser machen kannst, sondern weil das alles so komische, inzestiöse, gewachsene Strukturen sind mit diesem Korpsgeist, ja. Also ich stelle mir eine Bundeswehr so vor wie eine Polizei, halt nur zehnmal unkontrollierter und die haben halt noch Panzer und Flugzeuge. Und also ich wüsste nicht, wie man da Ordnung reinkriegt. Ja, also als, wie schon gesagt, als Sprungbrett, als Beschleuniger dürfte das wohl schwerlich wirken können, das Verteidigungsministerium oder sich nutzen lassen. Wir werden sehen, was sie sich da vorstellt. Ich finde das ja auch immer beeindruckend, das war schon als Herr Weise, dann neben seinem Beruf als Leiter der Jobagentur, wie heißt die? Bundesanstalt für Arbeit. Bundesagentur für Arbeit. Bundesanstalt ist auch gut. Bundesanstalt, das ist neulich umbenannt worden. Raider wird er auch, glaube ich, demnächst umbenannt. Also jedenfalls als Vorsitzender der Bundesagentur, Chef der Bundesagentur für Arbeit, dann noch Chef des Bundesamtes für Migration in Personalunion wurde, also beides machte. So ähnlich finde ich das auch zunächst einmal bemerkenswert, wie man dann zu einer Tätigkeit, die sie wahrscheinlich, also ich würde schätzen, ausgefüllt hat, dieses Amt der CDU-Vorsitzenden, dass dann noch ein weiteres Amt, das ist der Bundesverteidigungsministerin, dass man das so untergebracht bekommt. Finde ich auch, also ich finde das auch etwas schwierig, weil bei Frau Barley sagt man auch immer, die kommt irgendwie politisch nicht so aus den Hufen und auch ihre Kandidatur für die Europawahl läuft nicht so richtig gut. Da sagt man immer, ja, ich habe jetzt so viel zu tun in ihrem Bundesjustizministerium. Also ich weiß nicht, ob das eine naive Vorstellung ist, dass diese Tätigkeiten ja eigentlich auch mit sehr viel Arbeit verbunden sind und es dann etwas schwierig ist, da zwei von zu machen. Das ist mir als Nicht-Minister, also sehr schwer, also ich kann das nicht so richtig verstehen. Zumal der Paul Ziemiak ja jetzt auch auf mich nicht den Eindruck macht, als würde er da tatsächlich im Amts Generalsekretärs, als würde er da tatsächlich irgendwie Fuß fassen und die CDU erfolgreich auf, weiß ich nicht, zum Beispiel die nächste Bundestagswahl vorbereiten oder so. Also ich glaube, dass du das schon, ich meine, Angela Merkel hat das ja auch jahrelang so gemacht, Vorsitzende der CDU und Bundeskanzlerin. Also es muss, anscheinend muss es irgendwie gehen, wobei, diese These haben wir hier ja auch schon geäußert in diesem Podcast, möglicherweise Angela Merkel vor allem mit ihrem Mobiltelefon als CDU-Vorsitzende die ganze Zeit die Reihen mit irgendwelchen SMSen geschlossen gehalten hat und dafür gesorgt hat, dass es nicht zu den größten Austicken kommt. Ja, finde ich auch wesentlich schlüssiger, die Personalunion als Parteivorsitzende und Bundeskanzler, Bundeskanzlerin. Ich glaube, da hat man doch deutlich mehr Synergien, denn als in so einem sehr auch technisch anspruchsvollen Job, also jetzt nicht wehrtechnisch, sondern so verwaltungstechnisch und anspruchsvollen Job wie dem Verteidigungsministerium, das verbinden mit so einem sehr politischen Amt wie der Parteivorsitzenden, da sind die Synergien, glaube ich, weitaus geringer als zwischen Bundeskanzlerstellung und Parteivorsitzendenstellung. Das ist meine Vermutung, aber die ist auch nicht so wahnsinnig fundiert, sodass der hier nicht viel weiter nachgehen möchte. Ich würde sagen, wenn da ein Arbeitstag wie bei der Bundeskanzlerin in so 15 Minuten Slots getaktet ist, dann hast du eigentlich auch nicht viel Zeit, währenddessen auch noch deine ganze Partei da zu verwalten. Das heißt, du bist auf Leute angewiesen. Die Delegation dürfte ein Schlichtweg sein, was da zum Tragen kommt. Also ich glaube, man kann das aber auch, weil wir ja, man kann das vielleicht auch eindampfen an der Stelle. Ich glaube, wir beide sind einfach irritiert. Kann man das so sagen? Wir können uns da keinen Reim drauf machen, was jetzt Annegret Kramp-Karrenbauer motiviert hat, diesen Schritt zu gehen und sich jetzt des Bundesverteidigungsministeriums überzuhelfen. Also richtig fällig ist es nicht. Also ich konnte auch noch keine Erklärung finden. Also eine mögliche wäre ja so, es musste ja dann, dadurch, dass man keine größere Kabinettsumbildung machte, musste es ja nach den Regeln, muss es CDU sein, muss es Frau sein. Und Anja Karliczek zum Beispiel, oh Gott, dann wäre hier wahrscheinlich gleich sowas explodiert. Naja, jedenfalls, also es wäre eine schlüssige Erklärung, dass sie sagt, ich bin meiner Verantwortung gerecht geworden. Aber es ist so ein bisschen rätselhaft, finde ich. Und schwer erklärlich, was das denn jetzt für ein Move war. Vielleicht ist es auch was ganz Simples, dass sie sagt, okay, ich kriege das sowieso nicht auf die Kette hier, Kanzlerin. Dann gehe ich doch mal wenigstens ins Verteidigungsministerium. Naja, vielleicht, was ich jetzt noch gedacht habe, aber das ist jetzt wieder so fünfdimensionales Schach, ja. Nämlich die Frage, ob sie sich möglicherweise denkt, dass es nach den Landtagswahlen jetzt im September in Brandenburg und Sachsen, und ich glaube Thüringen wählt dieses Jahr auch, dass es da nochmal zu Kabinettsumbildungen kommen könnte. und dass sie sich dann davon, schon in der Bundesregierung zu sein, irgendwie verspricht, irgendwelche Vorteile. I don't know. Es ist, also sagen wir mal, das werden wir beobachten, was das sollte. Zwangsläufig, wenn wir das beobachten. Aber es ist eine interessante Frage, was soll das? Sag mal, was soll das? Was soll das? Was soll das? So eine Schuhe stehende noch rein. Naja. Okay, gut. Wir schweifen ab. Ja, ein Rätsel, ein Rätsel. Das wird nicht gelöst bekommen. Ja, guck mal, Ulrich, jetzt haben wir eigentlich noch, sollen wir noch kurz über diese AfD-Ausreden und Uwe Junge-Rete? Ach, das ist ein zeitloses Thema. Das können wir auch nach der Sommerpause machen. Nach der Sommerpause. Vielleicht jetzt schon mal empfehlen, den Artikel im Tagesspiegel. Ich verlinke ihn. Der, ja, einfach mal gucken, mit was für Ausreden die sogenannte AfD, die den sogenannten AfD-nahestehenden Menschen so absolute Fehltritte rechtfertigen. Der schnellt doch irgendwie so zufällig mal so ein rechter Arm hoch und dann schreibt man sowas und wollte es gar nicht schreiben. Die Maus ausgerufen. Also es ist ein richtig schöner Artikel. An dem kann man mal lernen, wie man sich auch richtig verteidigt. Also verteidigt im Sinne von strafrechtlich oder mit strafrechtlichen Kenntnissen. Das aber nach der Sommerpause. Das nach der Sommerpause. Und wir erklären, wie man auch, wenn man die größte Scheiße gebaut hat, wieder rauskommt. Das geht bei der AfD nicht, weil wenn man richtig großen Mist gebaut hat, dann kommt man da nicht mehr raus. Und dann kommt man auch mit solchen, also es ist dieses Niveau, wenn Spitzensportler des Dopings überführt werden. Und dann immer solche Rechtfertigungen, also da hat einer mir so ein Kalbschnützel mitgebracht, da muss so massiv Östrogen drin gewesen sein. Oder auch sehr schön dieses, es muss wohl ein Anabolus-Steroid in meine Zahncreme gesperrt werden. Ja, das war gut, das war gut. Also jedenfalls auf diesem Niveau, sollte man verlinken, macht Spaß der Artikel, wo wir den Tagesspiegel zwischen, wir haben ja nicht den Tagesspiegel, sondern einen der Autoren gebasht haben. Gebasht ist übertrieben. Gebasht ist auch übertrieben. Das fand einfach ein Artikel nicht besonders gut. Ja, und da wollen wir zeigen, also dieser Artikel, wer hat den denn geschrieben? Sebastian Leber. Ja. Ja. Vielen lieben Dank, Sebastian Leber. Guter Mann, also es war einfach eine schöne Geschichte. Schönes Ding, kann man sich gut reintun, auch eine schöne Sommerlektüre. Wir werden darauf eingehen. Ja, ansonsten bin ich noch gar nicht. Wenn, wenn dann die Spenden auch. Nee, genau, ansonsten bin ich, Spenden ist ja das falsche Wort, es sind ja Zuwendungen durch unsere Hörerinnen und Hörer. Normalerweise bringe ich das am Anfang des Podcastes, jetzt bringe ich es am Ende des Podcastes. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann sind verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt, auf der Webseite lauerundwena.de verlinkt oder beschrieben. Wir haben ein Konto, da könnt ihr einfach einen Dauerauftrag einrichten oder ihr könnt ein, ihr könnt Paypal. Genau, es gibt Paypal, das könnt ihr auch machen. Und ich kann euch so viel verraten, ich habe mir nochmal die Zahlen angeguckt. Im Moment werden wir von Stolzen 1,4 Prozent der Hörerinnen und Hörer unterstützt. Das ist nicht so viel. Also überlegt euch doch mal vielleicht, da mitzumachen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Gut, und ansonsten, es gibt einen Twitter-Account, Adlauer und Wehner. Es gibt einen Spotify-Account. Wir werden mittlerweile, das ist jetzt nicht besonders viel, aber mittlerweile haben wir über 500 Abonnentinnen und Abonnenten auf Spotify. Das hat mich gewundert. Nice. Es gibt einen YouTube-Kanal. Man kann uns auf iTunes abonnieren und hören. Und ihr könnt uns natürlich weiterempfehlen im Freundes- und Bekanntenkreis. Und wir freuen uns immer über Feedback und Anregungen. Und dann sind wir jetzt die nächsten zwei Wochen erstmal nicht zu hören, weil Ulrich im Urlaub ist. Ja, wenn ich das kurz korrigieren darf, das meinst du aber, glaube ich, wir sind nicht mit neuen Folgen zu hören. Man kann aber noch ganz viele sehr schöne alte Folgen. Oder alte sind sie auch gar nicht. Sie ist zeitlos, zeitlos schön. Viele schöne zeitlose Folgen. Ja, also man kann sich die Folge anhören und danach kann man die 23 anderen Folgen, Lauer und Wehner, anhören. Und wenn man dann noch immer nicht genug hat von unseren beiden engelhaften Stimmen. Ja, dann kann man sich überlegen, warum Annegret Kramp-Karrenbauer, warum in, for God's sake, sich entschieden hat, Bundesverteidigungsministerin zu werden. Nee, dann kann man noch die alten Lauer informiert Folgen hören, wo du auch mitgemacht hast. Ja, wenn es dann immer noch nicht reicht, kann man die Lauer informiert ohne mich hören. Ja, die sind, glaube ich, nicht so gut. Aber man kann auf jeden Fall stundenlang Podcasts hören von uns und mit uns für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Weil bei den Leuten, die uns bereits unterstützen, wollte ich mich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bedanken. So, dann verabschieden wir uns jetzt erstmal in zwei Wochen Sommerpause und hören uns danach wieder bei Lauer und Wehner und euch noch eine schöne Restwoche und zwei schöne entspannte Wochen, bis wir uns wiederhören. Tschüss.